Was geht ab, Freunde? Live aus der Zentrale, Mann. Ich bin am Start und es geht los. Ich bin umgezogen, Leute, und ich hoffe, ihr seid dabei, Digga. Ich hoffe auch, dass mein Stream tatsächlich läuft. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, wie es hier aussieht. Ähm, vielen Dank. Ähm, so, wir schauen mal. Kommt hier alles an? Ja, perfekt, Leute. Boah, die Musik ist, glaube ich, noch ein bisschen zu laut. So, Freunde, ich muss jetzt erstmal chillige Mucke einstellen. Boah, Digga. Apropos Musik. Ich habe heute ein wenig was für euch vorbereitet. Es wird heute ein ganz, ganz wilder Stream. Ich werde euch einmal kurz auf meine Wave holen. Wir werden heute das Baby in Yellow checken. Ein neues Update. Es gibt ein Secret, das wir noch nicht gemacht haben. Das werden wir uns heute angucken. Ähm, ansonsten gehen wir später nochmal, ja, vielleicht in The Stanley Parable rein. Ein ziemlich cringes Game, Digga. Also, es ist wirklich sehr... oder es kann auch sogar Superliminal sein. Muss ich mal gucken. Später werden wir noch den Feuerwerk-Simulator machen. kurz bevor ich Geburtstag habe. Viele von euch haben reingeschrieben, ey, Denno, alles Gute zum Geburtstag. Freunde, nichts für ungut, aber mein Geburtstag ist erst um 12. Wir werden heute entspannt reinstreamen. Ich habe sehr, sehr Bock. Und, ja, wartet einfach ab. Es wird heute sehr, sehr chillig. Ey, was geht, Denny? In vier Stunden ist es soweit. Leute, ich muss mich an mein neues Setup gewöhnen. Ihr werdet bald eine Setup-Tour kriegen. Digga, ich muss euch was zeigen. Guck mal. Guck mal, Digga. Ey, ist es Hagiwagi? Total gut. Wir werden später auch noch Fanpost aufmachen. Ich habe, ich zeige es euch kurz. Ich habe einen Brief bekommen. Den kann ich natürlich nicht zeigen von Adresse her. Und ein fettes Paket. Das mache ich später auf jeden Fall noch auf. Und, ja, ansonsten, ich habe auch hier noch ein paar andere Hagiwagi-Figuren und so weiter am Start. Äh, Leute, ich freue mich. Also, lasst mal alle ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Heute der Stream wichtig, denn, äh, Freunde, tut mir einen Gefallen. Schaut ihn einfach bis zum Ende, solange wie ihr könnt, solange wie ihr wollt. Ich habe mir ein wenig Salat, Digga, mit goldenem, äh, mit goldenem Besteck gezogen. Man kennt ihn. Ich bin jetzt schon abgehoben, Leute. Äh, und guckt euch das mal an, Digga. Das sind wieder die ganz anderen Vibes, ne? Hier nochmal, äh, Erdbeeren, Digga. Frisch vorm Feld gepflückt. War natürlich ein Witz. Ich mache jetzt nochmal eine Insta-Story. Und dann droppen wir ganz entspannt in den Stream rein, Freunde. Ich habe euch richtig vermisst. Und mein Umzug war auch super, super anstrengend. Ich schwöre es euch, ne? Aber jetzt erstmal ganz kurz, äh, eine fette Story, Digga, für die Crowd. Ja, Leute, was geht, Mann? Wir sind am Start und ich glaube, mit mir... Oha, Alter, danke für die Dodo, mein Beste. Kuss geht raus. 500 Zuschauer. Jetzt schon in der dritten Minute. Ich glaube, das wird heute wieder Abriss. Ich habe auf jeden Fall mega Bock und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bis später. So. Oh, Scheiße, Digga. Mein Handy fast fallen gelassen. Wir gehen ganz entspannt rein. Leute, ich habe erst am fünften Geburtstag. Der Geburtstag ist um 0 Uhr. Chillt mal. Ich muss jetzt einfach nochmal schnell den Link fertig machen und vielleicht auch nochmal coole Musik hier reinziehen. Digga, was ist das denn eigentlich? Was ist das für ein Track, Leute? Da müssen wir jetzt nochmal was Cooles hören. Wir machen OG-Mucke an. Okay, habt ihr Bock? OG-Mucke jetzt. Digga, wilder Track, Leute. Morgen gibt es auch einen Livestream. Morgen früh werde ich live gehen, denke ich. Wir werden morgen sehr viele OG-Games zocken. Also, falls ihr Bock habt, Digga, morgen wird es auf jeden Fall richtig wild. Ich habe jetzt hier eine Dono von 2 Uhr gesehen. Es sind noch neun Mitglieder am Start. Nathalie Dona, danke für... K steht für Kreditkarte. Und Shadow, ich habe noch nicht Geburtstag, mein Bester. Ist noch nicht so weit. Ich bin noch keine 27, Diggi. Okay, so, ich muss jetzt nochmal ganz kurz den Stream-Link teilen. Und dann gehen wir auch schon rein, Freunde. Ganz entspannt. Ist das Mikrofon zu laut? Ist es, äh... Könnt ihr mir nochmal Feedback geben? Weil das ist nochmal wichtig für mich auch, ne? Ich habe ja mein Mic jetzt neu eingestellt, so. Es ist jetzt alles neu. Und alles auf entspannt. Warum ist das verschwommen? Äh, ist es verschwommen? JK, da ist der Zweier, Digga. Vielen, vielen Dank. So. Ähm. Ich muss jetzt tatsächlich mal ganz kurz gucken. Habe ich den Link jetzt? Ich muss meinen Stream-Link nochmal teilen. Oh, Digga, die Mucke. Na, zu wild. Ey, zu wild. Ich habe so Bock. Heute wird geil, Leute. Ich habe sehr, sehr Bock. So, Story of Instagram ist jetzt auf jeden Fall raus, denke ich mal. Perfekt, Alter. Ey, geil. Geil, Digga, geil. Crops gehen raus. Ich muss auch nochmal ganz kurz was erwähnen, Freunde. Ganz kurz, ne? Äh, passt auf, Leute. Passt auf. Ich habe kein Internet zu Hause, Digga. Und die streamen trotzdem. Wisst ihr eigentlich, wie ich das gemacht hab? Bruder. Ey, hört zu. Digga, passt auf. Ich mach mich extra groß. Jetzt kommt der Real Talk-Moment, okay? Hört mal zu, Chat. Pass mal auf. Digga, gestern kam der Techniker von der Telekom einfach nicht. Digga, war einfach nicht da. Ist einfach nicht da gewesen. Ich häng hier. Ich sag, Telekom, könnt ihr bitte vorbeikommen? Ich hab Sonntag Geburtstag. Ich will einen Stream machen, Digga. Komm rum. Ne, Mann. Mittwoch. Mittwoch, Digga. Mittwoch? Auf keinsten. Ich hoch zu meinen Nachbarn. Nachdem ich heute richtig verzweifelt bin. Ich hoch zu meinen Nachbarn gegangen, okay? Ich sag zu ihm, ey, ich bin's, Danny. Was geht? Dankeschön. Herzlich willkommen in der Familie. Vielen, vielen Dank. Ich sag zu ihm, oh, Digga, ich krieg noch einen Call, Mann. Wer ruft mich denn jetzt an? Ah, Leute, die Fans wieder auf WhatsApp, Digga. Kann ich direkt ausmachen. So, ihr seid jetzt stumm. Okay, pass auf. Ich bin hochgegangen zu meinem Nachbarn, Digga. Absoluter Ehrenmann. Ich hab 50 Euro mitgenommen, okay? Ich sag zu ihm, ey, Bro, können wir bitte ein Lahnkabel von deinem Router aus deinem Fenster rauslegen, zu meinem Fenster rein? Damit ich unten Internet hab, Digga, bis Mittwoch, ich geb dir 50 Euro. Digga, sagt der Nachbar. Richtig krass. Was sagt der Nachbar? Bruder, behalt das Geld. Behalt das Geld. Nimm. Auf meinen Nacken, Digga. Ich sag, wie bitte? Echt jetzt? Safe, Digga. Genau so. Und deswegen bin ich jetzt live. Ansonsten wär ich nicht live gewesen. Ich sag euch, wie es ist. Also sehr, sehr lucky. Wir werden jetzt aber mal weg von der guten Musik kommen. Ah, ich liebe diesen Song, ne? Und gehen rein. In the baby. In yellow. Was ist das denn? Warum hab ich hier alle, äh, Sachen freigeschaltet? So geht das hier aber eigentlich nicht. Das dürfte eigentlich gar nicht möglich sein. Ich werde die Speicherstände jetzt einmal zurücksetzen. Wir gehen jetzt ganz entspannt durch. Leute, könnt ihr nicht lesen. Ich hab, ich hab um 0 Uhr Geburtstag, Digga. Um 0 Uhr. Ich schreib's extra nochmal in den Titel rein. Ach Gott. Ihr wieder, ne? Ihr wieder. Ihr kriegt auch nix mit, Digga. Alles 0-Checker. Habt ihr Bock? Ich ja. Wir gehen jetzt in. Ach, Leute. Geil. Sehr, sehr geil. Ich hab nichts zu trinken hier. Das ist sehr belastend. Äh, muss ich gleich tatsächlich nochmal ändern. Ähm. Jetzt sind wir aber erstmal wieder in dem, ja, in dem neuen Patch drin. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es wurde einiges an dieser Bude gemacht. Ihr seht ja zum Beispiel auch hier. Man kann die Schränke und so weiter benutzen. Ähm. Wie heißt das Baby? Das Baby. Wie nennen wir es? Elisabeth, du hast recht. Wie nennen wir das Baby? Ja, da bin ich ja auch mal gespannt. Ich geb dir 600.000 Euro. Chaos Flo, Digga. Mach lieber nicht. Gebt mir einfach ein Like und ein Abo, Digga. Das reicht schon. Kuss geht raus. So. Äh, JK. Danke nochmal für 5 Euro. Wir machen, wir machen nur große Alerts mittlerweile, weil die kleinen Donos uns halt einfach immer so hart reinschallern. Herzlichen Glückwunsch von mein Voraus, weil ich kann nicht bis 0 Uhr wegen Live-Event in Fortnite. Nicht gut. Okay. Ich werde noch ein wenig der Note hinzufügen. Perfekt. Wir brauchen einen Namen. Günther. Günther. Jeffrey. Bin seit 6 Monaten Mitglied. Ich freue mich sehr. Danke für 6 Monate. Das Baby soll heißen wie ich denn nun. Boah, ich weiß ja nicht, ne? Nenn ihn egal. Ey. Heißt du egal, mein Kleiner? Heißt du egal? Ja. Ja, mein Kleiner. Nee, der heißt nicht egal. Heißt du Kevin? Bjarne, Gernatowski, was geht, Bruder? Du bist auch wieder am Start. Finde ich cool. Heißt du Kevin? Heißt du Kevin? Ob du Kevin heißt, will ich wissen. Nee, der heißt nicht Kevin. Wir müssen warten, bis er nicht mehr weint, wenn ich ihn auf den Boden lege. Kürbis, Pups, Oliver. Oh, Ahmed, Digga. Heißt du Ahmed? Leute, er heißt auf jeden Fall nicht Ahmed. Nenn ihn wieder Dumbi. Nenn ihn Dumbo. Harry? Digga, wir fragen ihn einfach mal. Bist du Harry? Auch nicht, Leute. Bist du Huggy? Bist du Huggy, Digga? Auch nicht. Da schreibt einer Franz. Richtig in groß. Franz. Heißt du Danny? Digga, Leute. Oh, Gott sei Dank. Also, nee. Sohan, Vanessa. Heißt du Sohan, mein Kleiner? Heißt du Sohan? Bruder, das ist er. Sohan, Digga. Bist du Sohan, wirklich? Ich denke, das heißt ja. Ich frage ihn noch mal. Heißt du Sohan? Oh, Gott. Er wurde so hart da weggeschallert. Oh, Leute. Hm. Also, ich weiß ja nicht, ne? Danny, hast du das Headset schon rausgeschickt? Nein. Ist doch nichts rausgehakt, Leute. Ich habe mit dem Umzug und mit dem Livestream zu tun gehabt. Also, wir haben Sohan jetzt hier, ne? Ein wenig Geduld haben. Wir nehmen hier... Oh, Digga. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz was machen, Freunde. Lol. Ah, perfekt. Ah, chill mal, Digga. Musik wird ja anders laut. Warum wird das jetzt hier schon wieder so creepy, Digga? Das verstehe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber ist okay. So. Ähm. Leute, wie wäre es denn, wenn wir dem mal ein Toastbrot geben? Wollen wir dem mal was zu essen geben? So, Han, mein Bester. Komm mal her, hier. Na, komm, mein Kleiner. Ja. Wir nehmen den mit. Und ich packe ihn mal auf den Tisch. So, Han. Hehehe. Ah, Digga. Das ist so cool, Mann. Hehehe. Ey, Leute. Wir werden Spaß haben heute. Wir können den Tellerstapel nehmen. Wie sieht es denn... Digga, das ist doch illegal, Mann. Das ist doch Kindesmisshandlung, was ich hier mache. Ja. Ich weiß ja nicht, Leute. Aber irgendwie habe ich das Gefühl so... Das könnte hier noch böse enden. Wie alt wirst du? 27. Mods, bitte bis jetzt auf die Fragen eingehen. So, mein Bester. Du hast dich aufgerechnet. Willst du was zu essen haben? Ich gucke mal in den Kühlschrank. Willst du Käse? Bitteschön. Oh, scheiße. Mir ist die Scheibe runtergefallen. Aber der Boden ist ja sauber. Da. Hehehe. Hehehe. Okay. Du hast den Käse runtergeworfen. Was soll das? Hehehe. Warte mal. Hey. Lass die Tomate hier. Hallo. Ich mache ihn... Sag mal, hast du Tomaten auf den Augen oder was? Ey, Leute. Ist das dumm. Hat er eigentlich Tomaten auf den Augen? Ich würde sagen, ja. Hat er. Ne? Aber wie wäre es denn, wenn du dich einfach mal in dem Kühlschrank wohlfühlst? Ich mache mal die Tür zu. Guck mal, der guckt schon so komisch, ne? Ist ja entspannt. Der kennt sich aus, Digga. Der kennt sich richtig aus. Finde ich locker, Digga. Finde ich sehr locker. So. Ähm. Ja, komm hoch. Ich... Ich gebe dir eine Zwiebel, Digga. Pass auf. Ich mache dir ein Sandwich, okay? Äh. Wir nehmen uns einen Teller, Leute. Digga. Was ist denn das? Ja. Gut. Er heult ja echt, wenn ich einen Tellergegenschlag, ne? Naja, Leute. Ihr müsst jetzt erstmal wirklich schauen. Oh, da ist doch eine Seele gewesen. Ähm. Ich gebe dir was. Ja, ist doch gut. Warte kurz. Ich habe hier noch eine Scheibe Salami. Hahaha. Digga, wie kann man das nicht feiern? Ey, Leute. Wie kann man das nicht feiern? Ich weiß auch nicht, Alter. Das ist zu wild. Zu wild. Sandwich mit Baby. Okay, warte. Ich packe ihn rauf. Digga, wir machen ein Sandwich mit Baby, Digga. Du hast recht. Hagiwagi official. Pass mal auf. Wir machen noch Käse drauf. Gürkchen. So. Das dürfte passen. Geiles Sandwich, Digga. Wer will das Baby-Sandwich essen, Leute? Einzel-Chat. Mach ehrlich jetzt. Wie lange geht der Stream? Bis nach zwölf. Was ist das denn? Ist das Eier? Ey. Wow. Hast du das gesehen? Entspann dich mal. Okay, Leute. Also ihr wollt schon das Baby essen, habe ich so das Gefühl, ne? Passt auf. Ich muss euch was Gruseliges zeigen, Digga. Ich muss euch was sehr Gruseliges zeigen. Was ganz Gruseliges. Dieses Gerät ist ein Arztgeschenk. Ich weiß nicht, was es macht, aber hört mal genau hin. Es tickt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber es fängt an zu ticken. Jetzt hat es aufgehört. Okay, jetzt ist es wieder da. Ich weiß nicht, was es ist. Wir müssen aber nebenher diese zehn Seelen hier einsammeln. Oder kriegst du auch anders Panik, wenn du Scheiße wieder hörst, ne? Was ist das hier? Wasserhahn aufdrehen. Oha. Wir können ihn ja mal einfach da reinlegen, so, ne? Ich würde mal sagen, komm. Ihr, mein Bester. Leg dich mal auf entspannt rein. Was ist denn, wenn wir den Wasserhahn die ganze Zeit aufdrehen? Okay, der geht von alleine wieder aus anscheinend. Ich, ähm... Ich packe dich mal da rein, ne? Digga, perfekt. Hahaha. Leute, Mann. Ich habe nachher Geburtstag, mein Kleiner. Ja, wirklich jetzt. Geht's dir gut? Soll ich mal spülen, Leute? Soll ich wirklich mal spülen? Sag ehrlich jetzt. Hey, ich soll doch safe spülen, oder was? Okay, warte. Ich muss den Chat einmal auf die andere Seite, äh, rüber switchen. Ich bin es halt gewöhnt, dass der Chat auf der anderen Seite ist. Nämlich genau hier. Ist viel entspannter. So. Perfekt. Wie der da hängt, sieht sehr falsch aus, ne? Gut. Ich hole mal das Essen. Also der, der, das läuft schon. Was ist denn das hier, Mann? Der Mülleimer auch zu, Baba. Okay. Wir nehmen die Flasche mit. Auf chillig, Leute. Ich bin neu. Frederic, herzlich willkommen. Hier. Oh, da freute sich der Kleine. Boah, Junge, der stinkt. Mann, der stinkt. Ey. Ehrlich jetzt. Wir gehen hoch kurz. Dig, ich, also, also wirklich jetzt, ne? Boah, Junge, rein da in die Waschmaschine, Digga. Ich, äh, Leute, wenn ihr nicht wisst, wie man Babys waschen, ne? Macht's mir bitte nicht nach. Ich glaub, die überleben das nicht, die Dinger. So. Wir lassen mal laufen. Oh. Was geht da ab? Digga, das Ding ist am Fliegen, Mann. Ey, zu gut. Guck dir mal seine Augen an. Äh. Oder. Digga, ich glaub, das ist nicht normal, ne? Der hat sich wieder gefangen. Ey, Gott sei Dank. Ich glaub, ich bin mein Job bald los, ne? Das ist immer schwierig mit den Dingern. So. Und hier so. Junge, du hast ja auch schon wieder ein richtig geiles Zimmer. Leute, wir lesen Ihnen später noch eine Geschichte vor, ne? Dieses Arztgeschenk. Uff. Das wird nochmal dieses andere Saftige. Ich sag euch, wie es ist. Ich muss meine Zuschauerzahlen bei so einmal ausblenden. Ähm, weil das halt übelst nervig ist. Und ich muss tatsächlich auch nochmal ganz kurz WhatsApp abhören. Na, mein Kind, bist du schon zu Hause? Habt ihr gehört? Das war meine Mama, Digga. Ich weiß nicht, ob sie mich hören kann. Ja, Digga, ich mach einfach. Scheiße, Junge. Ich muss Audio machen für meine Mama. Hey, Mutti. Ich spiel grad den Babysitter-Simulator. Auf ganz entspannt. Du kennst mich ja, ne? Ich kenne mit Kindern ganz gut um. Äh, ich bin auf jeden Fall da, aber im Livestream. Du kannst gerne mal reinkommen und dem Chat mal hallo sagen. Die freuen sich bestimmt mal, ne? Ansonsten, jo. Gut. Okay. Äh, ich bin soweit durch. Dann... Habt ihr... Habt ihr meine Mama gehört? Habt ihr meine Mama gehört? Hoffentlich. Habt ihr das Baby zum Wickeltisch, Leute. Ganz chillige Basis. Komm. Neue Windel holen, Digga. Auf entspannt. Die Windeln ist ja auch... Hey, heute bitte OG-Spiele Raute ägyptischer. Ey, natürlich spiel ich OG-Games. Spiel ich doch grad. Hashtag ägyptischer, ne? Das kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, wie laut ich hier sein kann. Kann ich deine Nummer... Leute, könnt ihr auf Instagram finden. Allen Followern auf Instagram antworte ich zurück. Aber das dauert manchmal ein bisschen. So, wir müssen das Baby jetzt erstmal wickeln. Hier. Äh, Junge. Was hast du denn da grad mit der Windel gemacht? Boah. Der ist geflogen, ne? Der ist geflogen. Heiliger Alt. So, wir nehmen ihn hoch. Auf entspannt. Komm mit. Wir gehen hoch jetzt. Ich lese dir was vor. Und ich will nichts hören. Wirklich nicht. Ab ins Bett. Oh, Geschichte, äh, ne? Katzenbuch. Oh, Leute. Jetzt wird's interessant. Der Prinz und die Katze. Genau zu. Der Geschichtenerzähler kommt. Jetzt werde ich eine kleine Sprecherstimme für das Baby benutzen. Let's go. Am anderen Ufer, in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über dem Kopf, schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen. Entdecke einen der Nacht. Hat das Kind da gerade was gesagt? Halt's Maul, Bengel. Du sollst schlafen. Sie gingen durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Chica! Dankeschön für 10 Euro! Stand auch in dem Märchenbuch drin, ist klar. Sie ging an den märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Scheiße, das hat mir aus dem Konzept gebracht. Schau, schau, schau! Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie hierher bringen dürfen. Okay, wir halten fest, das ist der Prinz, der Kleine. Die Katze hat ihn irgendwo hingebracht und der Prinz hat alles kaputt gemacht. Das war's. Nun ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, Digga, der Kleine Pisser schläft! Ich kann's mir nicht verkneifen. Ich kann's mir wirklich nicht verkneifen, Chat. Und ich denke, ihr habt auch sehr viel Verständnis dafür, dass ich dem Kleinen in sein Gesicht nochmal Gewürzgürkchen reinklick. Hahaha! Ah, das wird zu gut. Okay. Schlaf gut! Hahaha! Ey, das ist cool, Mann. Ich lieb das. Ich schwör's euch, das ist einfach zu nice. So, warte mal ganz kurz. Ja, perfekt, Digga. So ist gut. Okay, dann chill ich mal auf dem Sofa. Die Gewürzgurke wichtig, wenn ihr Kinder erziehen wollt. Sehr wichtig auch, ne? Ist klar. Och. Auch wenn der Pissbengel schon wieder anfängt zu heulen, Junge, dann gehen wir da erst mal gucken und müssen das Baby mal beruhigen, ne? Ganz entspannt. Wenn die Tür von alleine aufgeht, Digga, ist es auf jeden Fall schon mal nicht gut. Kleiner, soll ich dich wieder in die Waschmaschine stecken? Hallo? Der hat sein Gewürzgürkchen nicht gegessen. Junge, das knallt jetzt. Ich sag euch, wie es ist. Da muss man auch mal streng sein jetzt. Du verdammter Lachs! So, Han! Hier! Kollegah! Du nimmst das Gewürzgürkchen jetzt mit. Lässt es bitte nicht fallen. Erst in diesem Raum. Ja, das ist okay. Und ab geht's in die Waschmaschine. Ich pack das Gewürzgürkchen da mit rein. Mein Bester. Und wir machen zu. Und jetzt kannst du noch mal eine Runde fahren. Dafür, dass du aufgestanden bist und mich nervst. Ähm, die Gewürzgürke. Digga, die Gewürzgürke. Die dreht sich einfach mit. Digga, zu gut. So, der ist durchgeschüttelt, Leute. Guck mal, ne? Der ist ja auch schon müde jetzt. Und so können wir den ja ins Bett legen. Glaub ich, findet der nicht so witzig. Wir bringen die Flüschkatze da rein, ne? So, ist doch alles gut. Machen die Tür zu und gehen jetzt erstmal richtig. Digga. Was ist das denn? Junge. Halt mal die Schnauze jetzt. Lass die Tür zu. Ich mein's ernst. Wo ist die Gewürzgürke? Wir müssen noch einmal gucken. Chat, ich glaube, der hat gar keinen Bock auf ne Gewürzgürke. Okay. Wir gehen runter. Ich hol Käse. Weißt du was? Der kriegt Brot. Der kann früh sein, dass du überhaupt was kriegst. Beim nächsten Mal kriegt der faule Eier. Ich sag, wie's ist. Wir werden dem jetzt ein kleines Brot geben. Ähm. Wo soll ich dem das hinwerfen? Schreibt mal rein. Wo werfen wir dem das Brot jetzt hin? Wollen wir den ins Gesicht werfen? Auf die Augen? Sollen wir den oben auf die Stirn, also auf den, ne? Oben auf den Kopf rauf? Oder unten ans Kinn? Oder sollen wir den hier so, hier so schön raufwerfen? Ich weiß ja nicht. Was meint ihr? Ins Gesicht. Ins Gesicht, Bruder. Ihr wollt alle ins Gesicht. Digga. Ihr seid. Ihr seid. Auf die Hose, Digga. Alle sagen Gesicht. Guck mal hier. Guck mal da. Ich hab dir ein kleines Brot mitgebracht. Hast du Hunger? Leute, ich würd sagen, Sohanel hat Hunger. Safe. Schlaf gut. Das ist einfach zu gut, Mann. Da ist jetzt vorbei, Digga. Ey. Ich hab nichts gehört. Ich glaub, der ist das Brot. Können sich Babys nicht an Brot verschlucken? War da nicht mal was? Boah, Bro. Ich bin sowas von entlassen danach. Aber egal. Scheiß drauf. Nacht zwei. Wir haben jetzt vier von zwölf dunkle Katzen gesammelt. Und wir brauchen zwölf Stück, damit wir das Arztgeschenk freischalten können. Wir können dann sogar schwarz-weiß. Hüte ist etwas Neues. Und das... Also, die Spielzeugkiste checken wir gleich auch nochmal durch. Der Großkopfmodus, Digga. Ey. Der Großkopfmodus. Verdammte Scheiße. Weißt du, sieht das kacke aus, Mann. Weißt du, was jetzt richtig kacke aussehen wird? Das Toastbrot in seinem Gesicht. Ist das klein, Alter. Lass doch mal das Toastbrot jetzt fallen. Digga. Du sollst das essen. Ja. Das ist der Toastbrot Ninja, Leute. Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Kriegen wir seinen Kopf durch den Basketballkorb? Ah ja. Das ist mir neu. Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz entspannt. Wie wäre es denn, wenn wir... Wenn wir dich mal wie so einen kleinen Braten in den Ofen legen. Guck mal. Schön mit ein bisschen Käse dazwischen. Hier machen wir mal was drauf. Da machen wir mal... Digga, da noch ein bisschen. Zwiebel muss auf jeden Fall auch noch mit. Tomaten, Digga, Käse rauf. Und zu den Lachs. Let's go. Ich glaube, der Kleine ist knusprig. Hat jemand Bock auf Baby-Kotelett? Gib mir das Toastbrot. Okay, Sandra. Du kannst es direkt haben. Hier. Was ist denn mit deinem Kopf da passiert? Bro, der war da unten im Boden drin. Das ist nicht cool. Erstmal Toastbrot auf die Augen. Der Arme tut mir voll leid. Nein. Leute. Kann der halt... Also, er kann euch schon leid tun, ne? Aber... Was soll ich dazu sagen? Wir werden ihn hier raufsetzen. Wir nehmen die Wickelunterlage. So. Und... Ich werde das Baby jetzt füttern. Auf... Auf geschmeidig. Bis ich... Junge, was ist das denn jetzt? Hä? Digga, ist die Flasche grad weg? Ist die Flasche grad weg? Das ist aber auch schon wieder alles ganz komisch hier. Achso, du willst was essen. Ja, bitte. Nimm an. Wo sind diese schwarzen, komischen Figuren? Ich muss mal einmal ganz kurz raus, du kleiner Fettsack. Sind diese komischen, schwarzen Figuren. Irgendwo sind die doch. Oder? Sind die überhaupt hier? Leute, ich weiß das gar nicht. Muss diese Figuren auf jeden Fall jetzt alle finden. Ja, ist doch gut jetzt. Komm mit. Ich bring dich zum Wickeltisch. Du verdammter Dulli. So. Da ist er gut. Ja, was? Ist die Windel da grad weggelaufen, Digga? Junge, was? Junge, die Windel hat Augen. Ey. Pass auf. Du kannst jetzt hier rüberspringen, okay? Oder da lang. Aber ich nehm dich jetzt einfach. Ist cool. Ja? Boah, Junge. Hör auf damit. Ja, Digga. Hä? Ich lauf nach Windel hinterher. Bleib doch jetzt mal hier. Hey. Du bewegst dich jetzt nicht, okay? Du sollst zum Baby. Aber warte mal. Ich kann das Baby nicht holen, stimmt's? Ich komm jetzt! Warte kurz. Digga, Hagi. Sag mir mal eins, Bruder. Was zock ich da grad? Keine Ahnung. Hagi. Digga, was mach ich denn, wenn ne Windel vor mir wegläuft? Hagi, was soll ich tun? Komm mal her. Ich zeig dir das mal, mein Bester. Ich muss ihn so ein bisschen auf meine Schulter setzen. Warte kurz, Digga. So, Hagi. Der Chat will dich ja auch sehen. Oh, scheiße. Warte kurz, Mann. Ich hab doch noch ein Hagi. Ja, Mann. Warte kurz. Leute, ich hab, ich hab seinen großen Bruder geholt. Big Hagi-Wagi. Brudi. Brudi, Mann. Hör mal zu. Ich pass hier auf dem Baby auf, okay? Ist so. Digga, ist so. Und das Ding ist, da läuft ne Windel vor mir weg, okay? Kannst du das mal angucken? Digga, ich muss Hagi jetzt... Hagi ist auf meiner Schulter, Leute. Er ist da. Hagi ist da. Seht ihr es? Er ist da. So, wir werden jetzt gucken. Ganz entspannt. Wie sieht das eigentlich aus im Stream, Digga? Sieht das bekloppt aus? Er muss auf die andere Schulter. Definitiv. Hagi, bist du ready, Mann? Komm mal rüber hier. Komm mal rüber, mein Bester. Mach's dir mal bequem. Mach's dir mal bequem, Digga. So. Ja, haben wir gleich. Haben wir gleich, Digga. Hagi, entspann dich. Du sollst mich nicht küssen, Bruder. Du sollst nur chillen. So. Bis jetzt... Bis jetzt mal ready. Okay, Hagi guckt. Auf entspannt. Hagi guckt mit. Also, Hagi. Wir schauen uns das mal an. Ich hab Kissy Missy. Hab ich auch. Natürlich. So. Was ist das denn? Bro. Die Windel hat eine Brille an. Warte mal. Da vorne hab ich was gesehen. Wir extracten das Ding, Leute. Wichtig. Hey. Hey. Okay. Da ist es reingelaufen. Ich muss einmal ganz kurz... Ich muss hier mal ganz kurz was extracten, Digga. Hier. Sehne befreit. Hey. Wir können den Globus drehen. Aha. Das Babyblühstück können wir auch nehmen. Das ist irgendwie auch ziemlich chillig. Pascal. Dankeschön für drei Euro, mein Bester. Kurs geht raus. Vielen, vielen Dank, Pascal. Hagi bedankt sich auch, ne? Kurs geht raus. Was ist das hier? Was ist das denn da oben? Ich mach mal den Schlüssel hier jetzt auf. Was ist das? Digga, dieser... Andere Dachboden? Äh, Leute. Was machen wir denn jetzt? Windel holen oder Dachboden gehen? Da, Alter. Was geht denn jetzt ab? Hagi, Bruder? Können wir da hoch? Ist das cool? Digga, ihr wollt auf den Dachboden. Oh, nee, Mann. Ich krieg jeder, die Gänsehaut. Bro, was geht denn hier ab? Hagi, Bruder, da kannst du alleine hochgehen. Ich geh. Komm, Leute. Ach, ich... Ihr wollt... Ich weiß, ihr wollt hoch. Alles klar, komm. Was denn? Komm, was ist das denn? Was sind das für Bilder? Hallo? Hagi, ich muss da mal näher ran. Ich muss das mal genauer angucken. Hört ihr das? Hört ihr das? Wer hat denn hier gemalt? Das könnte ja fast ich sein. Schau genauer hin. Okay, mach ich. Was? Digga, was? Baby in Yellow, Alter. Andere Dimensionen auf einmal. Ganz wild. Hä? Bruder, wir gehen. Ich geh mal ran. Hallo? Hört ihr das? Agi, schnurrst du jetzt gerade schon wieder? Bro. Hey. Entspann dich mal. Digga. Ich hab gesagt, du sollst chillen. Mann. Es ist ne Katze, Leute. Es ist ne Katze. Safe. Da liegt ne Katze. Ich bin jetzt ne Baby in Yellow. Und da liegt ne Katze auf einmal. Hä? 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 Äh. Die schwarze Katze nähert sich. Hä? Was geht denn jetzt ab? Hä? Bald. Die schwarze Katze kommt. 2022. 2022. Uff. Dieser ganz andere Cliffhanger, Mann. Okay, der Dachboden ist wirklich sehr crazy. Digga, ist wirklich sehr crazy, Mann. Ey, hör mir auf. Gar kein Bock. Leute, wir müssen noch ne Windel verfolgen. Okay. Da ist die Windel, Leute. Die hat Augen. Die Windel hat Augen. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Hallo? Digga, Mann. So. Ich hab die Windel. Ich bring sie jetzt erstmal runter. Wisst ihr was? Kann man die Windel in die Waschmaschine packen? Ich muss die Windel erstmal reinigen, Alter. Ich glaub nämlich, da stimmt irgendwas nicht. Perfekt. Hahaha. Leute, Windeln waschen. Hä? Die Windel ist aus der Waschmaschine rausgeflogen. Ah ja. Ich check gar nichts mehr. Ich glaub, das haben die Entwickler nicht bedacht, dass ich tatsächlich so dumm bin und ne Windel wasch. Aber ist cool. Ich lass ihn mal... Ey, diese Windel, ne? Der Ton nervt mich extremst, Mann. Hier ist noch ne Tür. Da können wir nicht durch. Es ist 0 Uhr. Okay. Ich werd die Windel mal ganz kurz nach draußen befördern. So. Was ist das hier? Alter. Im Notfall Glas zerbrechen. Ist das ein Schnuller, Alter. Ist nicht euer Ernst, oder? Ist nicht euer Ernst, Alter. Wollt ihr mal noch ne Poppy Playtime, oder wat? Kann man theoretisch machen. Theorie schon, ja. Was, was geht hier? Äh. Ah! Ne Seele befreit. Sehr geil. Wir können die Spielzeugkiste benutzen. Also hier steht, Leute, 3. Juni ist so eingekreist. Da kam das Update raus. Am 24. ist unterstrichen worden. Gibt... Was bedeutet das? Was ist am 24. Juni? Na gut. Ist aber jetzt mal egal. Wir gehen weiter gucken. Ich nehm die Windel mal mit. Moment. Ich will einmal in die Truhe gucken. Hat sich etwas verändert? Nö. Bisher nicht. Wir haben hier den Doktor, aber ansonsten ist alles cool. Ja, okay. Wir haben dort noch, das müssen wir heute definitiv noch checken, das Arztgeschenk. Ich weiß halt wirklich nicht, was das Arztgeschenk ist, Leute. Aber das ist hier, also das ist wirklich so der Mega-Clou einfach. Wir müssen noch 6 Seelen befreien, um das Arztgeschenk irgendwie zu machen. Gucken wir uns später mal an. So. Ich werde die Windel jetzt erstmal anlegen. Ey. Oh, guck mal, wie der Kleine lächelt. Ja, ich bring dich ins Bett. Na, komm. Das ist ein Fall für die Brotscheibe, würde ich sagen, ne? Digi. Ein ganz großer Fall für die Brotscheibe. Ganz klar. Ich werde dich nochmal waschen, sicherheitshalber. Wie ist das eigentlich, wenn man dich mit einem Riesenkopf in... Wie wäre das eigentlich, wenn ich da hochgehe, mit dir zusammen? Wie das? Junge, guck dir die Scheiße mal an, was hier passiert ist. Du Vettel. Alter, ich dachte gerade, seine Augen wären weiß, Mann. Guck mal. Richtig krass. Ey, ich hatte kurz echt ein bisschen Schiss, Mann. Seht ihr das? Dieses Leuchten in seinen Augen? Ich dachte gerade da... Ich dachte gerade, da passiert was. Ich ihn da mit reinnehmen kann. Wäre schon wild, ne? Aber es sieht ja auch ganz danach aus. Ich nehme ihn einfach mit da rein. Leute, ich habe noch nicht Geburtstag. Okay, also entspannt euch. Erst um 0 Uhr. Oh, Digga. Ja. Egal. Ich werde jetzt das Baby ins Bett bringen. Und wir lesen eine kleine Geschichte vor. Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Das ist das Hasenbuch. Und ich werde ihn seinen Plüschhasen schon direkt in sein Bett legen. So. Können wir deinen Riesenkopf mal wegmachen? Das wäre echt cool, Alter. Sein Riesenkopf ist halt übelst stressig. So. Let's go. Ich setze mich hin, Leute. Und die Erzählerstimme kommt. Ähem. Ähem. Erzählerstimme. Ich lese jetzt eine Geschichte vor. Meine Damen und Herren. Vanessa Lang. Kotze in Gang 4. Bitte immer auffischen. Danke. Haggibag hat sich in die Hose geschissen. Das bitte auch nochmal wegmachen. Danke. Geschichtenerzähler, Leute. Der Allerechte. Ist klar. Ist klar. Digga, den Defekt. Ich feier den immer noch. Ist einfach der Beste. Okay, Leute. Prinz und Kaninchen. Es geht los. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit zum Spielen. Aber seine großen, roten Augen machten ihr Angst und sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang, hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie, haltet sie auf. Durchdruck. Durchdruck. Bist du bescheuert, Mann? Digga. Junge. Was ist denn das schon wieder, Leute? Was ist denn das jetzt schon wieder? Kann mir das mal einer sagen? Ganz komisch jetzt. Ich werde jetzt mal direkt runtergehen. Digga, Mission, pass auf. Ich weiß, was der Kleine will. Gurkenscheibe. Leute, wenn euer Kind immer Stress macht, beinnt sonst was. Es sind ja auch manche Muttis in meinem Chat, okay? Nehmt euch einfach ein Gürkchen aus dem Gurkenglas und klatscht dem Ding das einfach an die Stirn. Ende. Okay, weiter geht's. Ich gucke ihn jetzt so halber an, okay? Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf. Freunde. Warte mal ganz kurz. Digga, mich beschleicht ein ganz mieser Verdacht. Die Seite, die wir eben gelesen haben. Herzlich willkommen in der Familie. Hagiwagi, das ist ein Fall für dich, mein Bester. Ich sag dir, wie es ist. Die Seite, die wir gelesen haben, Freunde, die ist weg. Was stand da drauf? Wir wissen es nicht. Aber wir sollten das schleunigst herausfinden. Ah, ich sag mal so, ne? Also wir sind hier, glaube ich, was ganz Wildem wieder auf der Spur. Was ganz Wildem. Denn die Seite ist jetzt nicht mehr da. Die muss ich definitiv nochmal in einem Video behandeln, weil... Es könnte etwas drin gestanden haben, was wir... Erpasst haben, was auf Neupatchen deuten könnte. Wir wissen es nicht. Nun ja, weiter geht's. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf, hüpf, hüpf. Runde um Runde im Palast. In und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, er konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt von Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief. Ich brauche neue Freunde. Mehr. Jetzt. Noch ein. Ich bringe dir welche. Mache dir keine Sorgen. Erwiderte seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Dicker. Der schläft. Schnarcht der? Hör mal rein. Die Gassen, die Schnarch-Vibes. Oh, ist das Baby süß. Mit Gewürzgürkchen an der Backe schläft es sich noch viel besser. Ach, Kinder. Die sind einfach immer so herzerwärmend. Ich liebe Kinder. Diggi, habt ihr es gerade gehört? Habt ihr es gerade gehört? Junge, was war denn das? Hat da gerade jemand geklingelt? Wer ist denn da? Hallo? Hagi, Bruder. Weißt du, wer da ist? Diggi? Unfällig? Die ist ja gut jetzt. Wo? Keiner da. Da liegt eine Kiste. Da liegt eine Kiste, Diggi. Hä? Wer, du klingelst? Sandra, ich wusste es. Sandra Andreas klingelt. Es war so klar. Ich wusste es. Es war einer. Einer aus der Community hat Klingelstreich gemacht. Es war mir sowas von klar, dass wieder irgendeiner von euch Rabauken an meiner Tür klingelt. Was hast du mir gebracht, Sandra? Ein Toasty? Ein Toasty für... Oh, Alter. Ein Sandwich-Maker, Diggi. Geil, Mann. Sandwich-Maker ist chillig. Ach so. Wir sollen den erstmal wegstellen. Dankeschön für zwei Euro, Ian. Vielen, vielen Dank. Diggi, ich sehe halt so schlecht aktuell. Besser. Endlich Ruhe zum Fernsehen. Also, wir setzen uns mal wieder hin und entspannen uns eine Runde. Ich habe Klingelstreich gemacht an Malern. Das war klar. War so klar, dass da niemand ist. Okay. Das war auch klar. Chrissy RDW. Dankeschön für zwei Euro. Und ich freue mich, wenn du später wieder am Start bist. Wir machen später Feuerwerkssimulator. Jetzt sind wir aber erstmal im Akt 3. Wir gucken uns das mal an. Hallo? Wir gehen das Ding entspannt an. Wir gehen das Ding ganz entspannt an. Wir werden das Baby jetzt oben beruhigen. Okay. Brauche ich den Notfall-Schnuller? Brauche ich noch nicht. Der Notfall-Schnuller ist da. Wir dürfen uns, also müssen uns nochmal merken. Was ist denn eigentlich, wenn ich im neuen Chapter diese Tür hier wieder aufmache? Ist hier dann was anderes? Pass mal auf. Hey. Beruhig dich, du kleiner Hosenscheißer. Sonst hast du gleich ein Buch in deinem Nacken. Ist das klar? So. Wir gehen weiter. Wir suchen mal was zu essen. Leute. Okay. Dinger, können wir den Sandwich Maker jetzt nehmen? Oh, Leute. Was machen wir drauf? Was machen wir da drauf? Sag ehrlich. Was wollt ihr drauf haben? Ihr könnt alles haben. Ich habe Gewürzgurken, Käse, Tomaten, Salami. Ja, Salami, sagen wir mal. Champignons und Zwiebeln, Dinger. Und Eier habe ich sogar auch am Start. Was wollt ihr haben? Käse, ne? Alle wollen direkt Wurst und Käse. Ey, Wurst und Käse ist so der Klassiker. Dinger, ich sage so, Sandwich Maker, Salami, Wurst, Käse, übel Baba. Übel. Mit Zwiebeln und Salami. Okay, wir einigen uns da auf. Wir packen erst mal eine Salami rauf, Dinger. Auf Chili. Hi, komme um 0 Uhr wieder, um Happy Birthday zu sagen. Ihr wollt Käse, ne? Ihr wollt Käse, ihr wollt richtig viel Käse, stimmt's? Ihr wollt richtig viel Käse, oder? Käse kommt aber immer bei mir als letztes drauf. Warum, Leute? Weil der Käse muss alles bedenken, Dinger. Das ist ganz wichtig. Käse immer zum Schluss. Wir machen noch... Na, was wollt ihr noch haben? Käse? Keiner sagt Zwiebeln oder so, Dinger. Zwiebeln? Ihr wollt echt nur... Dinger, wir nehmen den Klassiker, oder? Ihr wollt Käse und Salami. Salami noch eine Scheibe? Okay, machen wir. Dinger, ah, komm. Ach, weißt du was? Was soll der Guide? Machen wir drei draus. Wie viel haben wir denn da schon? Ah, weißt du was? Komm. Ach, komm, wir machen noch eine. Was soll der Guide? So, Leute. Fünf Scheiben Salami. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich sogar absolut. Und jetzt, Dinger, gehen wir es hier ganz, ganz entspannt an. Ganz entspannt. Fünf Scheiben Salami. Ja, das habe ich gemacht. Ähm, Zwiebeln. Wenn der Stream unscharf ist, könnt ihr den gerne... Also oben rechts findet ihr so drei Punkte oder sowas. Und da könnt ihr dann... Oder unten rechts oder so. Ihr müsst die Bildqualität hochstellen. Wir haben Zwiebeln draufgepackt. Ähm, Tomaten feiere ich gar nicht im Sandwichmaker, Dinger. Und, äh, weiß ich nicht. Auch so der Rest so... Wir werden aber noch mal ordentlich Zwiebeln draufbuttern. Digga. Ich mache einfach noch mal Salami rauf. Nice. Okay. Jetzt sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Käse draufpacken, Leute. Käse, super wichtig. Super wichtig. Ja, komm, wir belegen einfach noch mal richtig was drauf. Weißt du was? Und zum Abschluss noch mal ein schönes Gürkchen. Perfekt. Und eine Scheibe Brot. Ganz wichtig. Und vielleicht noch eine Scheibe Brot. Hä? Okay. Das passt. Alter, was ging jetzt denn ab? Oder was? Hey, Diggi. Warum ist denn der Sandwichmaker explodiert? Das Brot ist ja noch auf dem Boden. Baby füttern. Monster. Ist die Mission. Ja, wie denn? Mach mal die Scheiße wieder zu hier. Ist ja alles kaputt. Ich muss das hier wieder aufräumen. Weißt du, wie ich mein? Okay, doch. Okay. Da hinten, ähm. Warte, was ist das wieder für ein Kühlschrank so? Wie das? Was ist das für eine Musik? Ich gehe zum Baby. Ich will gucken, was es macht. Ich will gucken, was das Baby macht. Hallo? Das Zimmer ist gesperrt. Das ist aber sehr komisch alles, ne? Das ist aber sehr komisch alles. Ich gehe mal da rein. So, die Flasche wird gezockt und... Hä? So, bitte. Was ist das denn? Ja, was? Ja. Bruder, Kuchen ist fertig für Geburtstagsspäter mit mir. Geil. Ich kriege Muffins, Bro. Was ist das denn? Jo, es ist der größte Kühlschrank der Welt einfach. Es ist der größte Kühlschrank der Welt. Was ist das denn? Ich lasse die Flasche hier stehen. Kann ich nicht. Kann die Flasche nicht hier lassen. Und warum ist denn der so... Ah, ja. Hä? Der ist ja voll das Labyrinth. Hä? Wo... Muss ich denn? Junge... Ah, ja. Hier ist die Tür. Digi, war da eigentlich gerade der Kühlschrank in Raum 9 drin? Was ist denn das? Ja, du, Herr Slatter, da drüben, ne? Lässt mich durch den Kühlschrank laufen. Mein Zettel-Spaker ist explodiert wegen dir. Nimm. Und der Bauer, du fällst jetzt erstmal schön vor der Treppe, Digga. Sehr geil. So, wir nehmen ihn mit. Ich bringe ihn zum Wickeltisch. Wir gucken. Wir schauen, was passiert. Rudi, entspann dich ein bisschen, okay? Wow! Es geht jetzt ab. Digga, was geht jetzt ab? Junge, die Süßigkeiten. Ey, aua! Ah! Digi, hör mal auf damit! Ey. Also, jo, jetzt reicht's aber auch mal, ne? Verdammter Hund! Ah, Mann, das tut weh. Da ist ne Flasche. Da ist ne Flasche drin. Digga. Digga. Neb dir einfach ein Brot. Neb dir einfach... Ne, das funktioniert nicht. Du musst nach oben, Mann. Wir müssen zum Notfallglas... Wow! Oh Gott. Notfallglas. Notfallglas. Ich hab den Schnuller. Ich hab den Schnuller. Wo bist du? Ey, du Fettlach. Let's go, Mann! Digga, hast du das gesehen? Wo hast du gesehen, wie der geflogen ist, Mann? Scheiß die Wand an, Alter. Der hol den Schnuller. Ich hab den Notfall-Schnuller schon geholt. Guck dir mal das Baby an. Junge, hier sind überall Tentakel. Siehst du das? Ist das Klo schwarz? Das Wasser ist schwarz. Was ist das denn? Das... Hä? Als ob, Mann. Ja, let's go. Oh, ich kann da nicht mehr raus. Geil, Digga. Geil, Mann. Oh, ho, 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 ho. Er hat die Tasse direkt mitgenommen. Junge, Gas. Alter, das war krass, Mann. Hä? Was geht denn jetzt ab? Digga, was geht denn jetzt ab? Leute. Du hast gesehen? Zahnetörtchen HD-Kuss. Voll an die Wand geballert, Junge. Das hat das Glas sowas von zerscheppert, Alter. Okay. Leg dich hin. Ich hab gesagt, du sollst dich hinlegen. Ich lese dir eine Story vor, okay? Digga, wir können das doch ganz anders machen. Kein Problem. Warte kurz, Digga. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr zurück. Hast du noch ein Gürkchen hier drin? Auch nicht. Ja, scheiße ist das, Mann. Was mach ich denn jetzt? Kann man dem die Trone geben? Ey, wir können ihn aber blocken vielleicht auf die Stunde. Wir nehmen das Schaf. Weil ich muss jetzt eine Geschichte mit dem Schaf vorlesen. Ja, guck mal. Ey. Leute, es sieht schon süß aus. Bisschen, ne? Sieht schon ein bisschen süß aus. Ich sag, wie es ist. Es sieht ein bisschen niedlich. Sieht schon aus. Also ein bisschen. Ich... Ich lege dich jetzt da rein. Aber wir machen... Wir machen einen kleinen Bedflip, okay? Wir machen einen Bedflip, Digga. Ne, das war kein Bedflip. Das ist ein Bedflip. Perfekt. Nehmen wir das Geschichtenbuch und erzählen das mal. Wie heißt das Baby Sohan? Setz mich hin. Chillig. So, hör zu. Der Prinz und das Schaf. Hagi, bist du bereit? Junge, du schläfst ja schon, Bruder. Reicht mir langsam mit dir. Leute, Hagi, der absolute Ehrenmann. Er ist ein bisschen schüchtern, Alter. Er ist ein bisschen schüchtern. Lass ihn. Okay. Okay, was war das gerade? Oh Gott, der ganze Palast war kalt. Der Mond draußen schien so hell. Der Wind, er blies unentwegt. Oh nein! Die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett. Er fand keinen Schlaf. Also rief er nach seiner Mutter. Bitte geh und suche mein Schaf. Oha! Strom flackert. Ich bin durstig, sagte der Prinz. Da holte der Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz. Also wechselte das Schaf seine Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. Eins, zwei, drei. Nur noch eins, sagte der Prinz, bevor er hier einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir, meine Träume. Bleib für immer in meinem Kopf. Gehorsam schritt das Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt. Digga, guck dich das mal an. Alter, was ist das für ein Baby, Mann. Nein? Hast du? Oh Gott. So eine Kuscheltierarmee. Digga, es geht jetzt ab. Ich bin da scharf. Alles klar, Mann. Da muss ich aber absolut los. Alter, zieh dir das mal rein. Und es war das Ende des Jahrtausends. Gute Nacht, sagten sie. Gute Nacht, sagten sie. Klar, Mann. Für Kinder. Das ist für Kinder, Digga. Safe. Für Kids. Das ist für Kinder. Alter Schwede hat das schon wieder reingescheppert. Ich schwör's euch. Zu krass. Zu krass. Freunde, wir machen gleich mit The Baby in Yellow weiter. Wir haben jetzt zwölf. Wir können jetzt alle Geheimnisse nutzen. Das werden wir auch gleich machen. An der Stelle werde ich jetzt aber einmal ganz kurz einhaken. Denn, Freunde, ich muss jetzt auch tatsächlich einmal ganz kurz was einblenden, Digga. Man sieht's hier oben. Der Stream wird heute gesponsort. Mein Geburtstag-Stream. Dickes, dickes Küsschen geht an Songpush raus. Und wir werden uns heute zwei Tracks reinziehen. Auf die soll ich reagieren. Ich will euch ein bisschen was zu Songpush erzählen. Denn seit neuestem gibt es Musiker, die buchen, ja, halt Streamer und sagen denen halt so, Diggi, kannst du mal meinen Song in deinem Stream hören? Und, ja, man macht das dann halt und die Musiker kriegen so halt mehr Reichweite. Und das ist halt Songpush. Wir werden uns heute zwei Tracks reinhören. Der erste ist von Contra K, Digga. Einer meiner Lieblingsrapper. Freue ich mich mega. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich an Songpush, dass er das machen darf. Ähm, auch Kurs an mein Management, Digga. Richtig nice Aktion. Und, äh, ja, wir werden da jetzt einmal ganz kurz reinhören. Das dauert so ungefähr, ich denke, fünf bis sechs Minuten. Und dann werden wir mit dem zweiten Part hier weitermachen. Ich, ähm, zeig euch einfach mal, wie das läuft. Ich mach das heute auch zum ersten Mal, deswegen chillt ein bisschen, ne, bleibt ein bisschen entspannt. Ähm, ich werd das Ding jetzt mal hier reinschieben und ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, dass das hier alles passt. Sehr gut. Okay. Und dann zeig ich das euch jetzt. Also, äh, das ist das Fenster und, ähm, wir gucken uns jetzt zum Beispiel den ersten Song von Linesan. Danach kommt Contra K. Das sind zwei neue Songs, auf die, also die hören wir uns einfach mal an. Und ich werde euch den Link auch reinschicken. Dann könnt ihr euch die gerne mal reinziehen, weil Musik, Leute, ihr wisst bei mir in den Streams, Hagiwagi, du weißt selber, wie das ist, Digga, mit Musik ist einfach sehr, sehr nice. Also, Musik macht einfach viel aus. Habt ihr Bock, Leute, einzeln Chat, wenn ihr mal Bock habt, auf richtig geile Songs jetzt. Das sind Rapper, die teilweise keine Aufmerksamkeit haben, die dann einfach, die wir uns dann mal angucken und so. Und, äh, ja, ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie es geht. Und natürlich auch für jeden, der Musik macht so, ne, das ist vielleicht auch deine Plattform, Digga, wo du einfach Anklang findest. Ja, Digga, der Chat rasiert doch schon, ne. Guck mal, mein Placement-Partner, äh, Songpush, guckt gleich auch zu. Ich hab gehört, dass Management von Kontra K guckt später auch noch rein. Also, what the hell, Digga, was geht denn ab, Junge? Larumas wird nur Hunderter wieder. Er macht nur Hunderter-Donos, Digga, noch nie gab es was anderes. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Larumas, äh, was soll ich dazu sagen, Digga, also es sind halt einfach wieder die Ehren-Brees, ne. Ist so, Mann. Okay, Freunde, wir gehen rein, äh, ich mach den Aal jetzt mal fertig, Alter. Und wir hören mal bei Lines rein. Wir gucken uns den gleich mal an. Start my reaction now. Ich, wie gesagt, mach das jetzt auch zum ersten Mal. Und wir checken uns den ganzen Aal mal rein. Das hier ist das falsche Video. Digga, so soll das eigentlich nicht sein, soweit ich weiß. Ähm, aber ist okay, Mann. Also, das ist aber, also, das passt ja jetzt nicht. Äh, wir gehen mal vielleicht einen zurück. Und wir gehen nochmal einen nach vorne. Boah, ich hoffe, das passt, ne. Okay. Wird schon gehen. Dann fangen wir mit Contra K an. Also, wir haben hier so ein paar Facts, die wir uns jetzt nochmal reinziehen. Finde ich auch cool, dass wir mit Contra anfangen. Weil, Leute, wie gesagt, es ist einer meiner Favorite-Rapper. Er hat was Neues rausgebracht. Ich hab in den Songs schon ein wenig reingehört. Nur ganz bisschen. Digga, ich hab gesagt, der ist krass. Der Song handelt von Demenz. Von Contras Vater und wie seine Krankheit ihn beeinflusst. Das heißt, er rappt über seinen Vater, Leute. Ähm, irgendwas, also, na, ihr wisst, Demenz, äh, der vergisst, also verliert seinen Verstand. Er kennt vielleicht seine Freunde nicht wieder, seine Verwandten. In dem Video sitzt er auf dem Ausleger eines 130 Meter hohen Krans, mitten in Berlin. Überleg mal, er ist einfach 130 Meter hochgeklettert, damit er das Video machen kann. Contra K, immer so ein, äh, übelster Wolf, Alter. Ich sag's dir ehrlich. Digga, er und Wolf, ich fühl mich mit dem Wolf halt auch mega verbunden. Und deswegen feiere ich Contra halt auch, ne. Weil er auch, er ist auch so dieser, Digga, ne, einfach den Wolf-Modus. Und hier, ganz wild, Contra K hat die Partnerschaft eines sibirischen Tigers übernommen. Sie heißt Elsa und wurde auf einem Zirkus von ihrem sicheren, äh, tot gerettet. Also, Digga, der Typ hat einfach, der Junge, der kümmert sich um den Tiger, Mann. Der kann nur krass sein. Wir hören rein, Leute, ich bin sehr gespannt. Ich hab die offizielle Genehmigung, ich freu mich und wir ballern rein, Digga. Ich will nur Musik noten. Wir gucken rein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Uff. Digga, fängt zu krass an. Wenn du schon siehst auf mich, warum schießt du dann nicht gleich? Sehr wild. Digga, krass. Leute, den Song könnt ihr gerne auschecken. Ich hau den Link rein. Stopp kurz, Digga, krank. Oh, wildes Brett, Alter. Also weicht man für keinen von dem Plan ab. Aber dann lass es ihn in Sekunden vergessen, dass ich doch zu was gebracht hab. Herzli, Papa, wieder 2015. Glaub, wie der Spinnst du nichts nütze. Stell dir vor, du rettest dich heiß weit allein an einem Tag. Digga, eins in den Chat, Leute. Ich will nur Einser sehen. Nur Einser in den Chat. Nur Einser, wer das feiert. Digga, krasse Mucke, Mann. Das ist ein leeres Haus und ein guter Job, ein kaputtes Herz und ein kluger Kopf. Was bringt der beste Plan, der fällt, wenn der Zufall ihn stoppt und mir die größte Show der Welt, wenn er nicht zuschauen kommt. Wenn du so ziehst auf mich, warum schießt du dann nicht gleich, 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 gleich. Als Kontra, Bruder, ab mich. Geil, Mann. Wenn du so ziehst auf mich, warum schießt du dann nicht gleich, 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 gleich. Oh, Leute, den müssen wir heute noch mal hören. Den hören wir heute safe noch mal. Geil, Mann. Da, da sieht man's. Warte mal, mach mal den Ahl hier weg, übelst nervig. Da sieht man's, Leute, das ist der Ableger. Was die meinten hier in zwei, da sitzt der mitten in Berlin, Digga. Ganz oben. Ich schwöre dir, ich fühle diesen Track anders. Ihr könnt ihn euch gerne reinziehen. Diese, ich sag euch auch, wie's ist, wenn ich euch, äh, den Link reinposte oder meine Mods auch, klickt da gerne rauf, checkt euch. Äh, Digga, weißt du was? Weißt du was, Digga? Ich, ganz kurz, ganz kurz, Digga. Wir gehen mal ganz kurz auf Kontra K. Ich zeig euch einfach mal gleich, wie das funktioniert, Digga. Weil, ich glaub, ich folg dem Typen nicht, Mann. Das ist mir grad mal eingefallen. Erfolg ist kein Glück, Digga. Das ist der absolute Hustler-Track. Der hat er auch verdient bei Spotify. Ich folg nicht so vielen meiner Lieblingskünstler, aber, Digga, bei Kontra K. Mann, absoluter mieser Bruder. Ich sag, wie's ist. Ich, äh, hoffe, der macht das immer wieder und sagt so, jo, Denno, check mal noch mehr Songs von mir aus. Digga, immer gerne, gerne. Grad bei dem, ne? Ihr wisst, wie's geht. Zieht's euch gerne da rein. Aber wenn die Rennig schwimmen wir gehen, denn die ersten Schmerzen, die man aneinander zufügt, hat der Mama schon in den Wehen. Denn es kommt volle Fändeln und die langen Nächte, dann die ersten Schritte zusammen mit Freuden drehen. Denn sie sehen uns wachsen, aber wir, sie sterben, doch die besten Dinge, wenn man nicht, wenn sie fehlen. Denn auch wenn die Weckung oben war, glaub mir, Blut im anderen Entstich tritt. Sehr geil. Flash mich mega, Mann. Also der Track, Digga, der geht absolut unter die Haut. Safe auf direkt Lieblingssong. Der Atemzug schon instinkt, es kann auch sein, dass so Glück ist. Was bringt ein leeres Haus und ein guter Job? Ein kaputtes Herz und ein kluger Kopf? Was bringt der beste Plan der Welt, wenn der Zufall ihn stoppt? Und mir die größte Show der Welt, wenn niemand zuschauen kann. Wenn du so zu... Digga, kam da gerade ein Auto runter? Bro, das ist ja auch schon wieder richtig krass. Digga, einfach so... Ey, Jungs, lass doch ein Musikvideo machen, Digga. Einfach richtig übertreiben. Lass einfach ein Auto vom Himmel runterfallen, Mann. Geil. Ja, geil. Deswegen, Mann. Kuss. Kuss geht raus. Alter, wild. Bin ehrlich, sehr, sehr wild. Den kann man sich mal sehr hart auf der Zunge zergehen lassen. Man sieht hier nochmal, wo er sich rauf bewogen hat, Leute. Guckt mal hier. Der ist einfach diesen verdammten Kran hochgeklettert. Digga, und dann hat er sich da oben hingesetzt und eine Runde gerappt, Bruder. Und ich weiß nicht, Mann. Ich hab da keine Sicherung gesehen, aber sowas würden die wahrscheinlich auch nie zeigen. Richtig krass. Check den Safe mal aus. Check den Safe mal aus. 2,3 Millionen monatliche Hörer. Das ist eine starke Hausnummer. Contra-Car wieder 2015, Digga. Absolut bombastischer Track. Ich sag euch, also, Digga, ganz kurz nochmal, 10 von 10. Digga, mehr nicht. Mario, danke für 2 Euro, mein bester. Kuss geht raus. Wir haben jetzt aber noch einen zweiten Track. Den gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Und das ist dann auch der letzte für heute. Also, mal schauen. Wenn ihr auf diese Links klickt und euch die Musik auch selber nochmal gönnt und so. Spotify ist ja kostenlos. Wisst ihr ja, wenn ihr die Musik selber nochmal hören wollt. Hier wieder 2015. Ja, also mir hilft das halt. Meine Partner sehen, oh, Digga, da geht ein bisschen was. Macht es gerne. Wir gucken uns jetzt nochmal einen anderen Song an und dann geht es mit The Baby in Yellow weiter. Also rein. Was ist das? Wir haben hier Loki von Lines. Ist ein bisschen mehr so, glaube ich, ja, so ein bisschen noch mehr im Hip-Hop-mäßigen drin. Ein paar Fakten über den Artist. Also, ich gucke mir Lines auch tatsächlich mal selber ganz kurz an. Ist ja immer geil, wenn man sich bei Spotify nochmal irgendwie so eine Info zieht von den Künstlern. Der hat nicht so viele monatliche Hörer. Hier haben wir tatsächlich jemanden, der ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger Reichweite. Aber so zwei Millionen auf Low-Key hier, zwei Millionen Listens, ist schon mal eine stabile Nummer. So, müssen wir mal gucken, ob der uns überzeugt. Ich bin sehr gespannt. Das Musikvideo ist bei einer legendären Houseparty entstanden. Der Song hat über zweieinhalb Millionen Streams. Oh, Digga, ich sehe hier 2,3 Millionen, aber YouTube gehört wahrscheinlich auch dazu. Stimmt's? Ja. Und er hat 8.000 Abonnenten. Okay. Lines hat an Songs mitgewirkt, die mittlerweile über 150 Millionen Streams generiert haben. Wahrscheinlich jetzt Produzent oder sowas, ne? Oder irgendwie so, weiß ich nicht, in die Ecke. Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns auch den jetzt direkt mal gönnen, Digga. Let's go. Okay. Der geht straight los, Digga. Auf ganz entspannt. Oh, Baby. Bis zum nächsten Mal. 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 Muss kurz sagen, ich finde das Video-Edit, Digga, so dezent. Fängt schon nice an, Digga. Hat auch eine sehr, sehr geile Stimme, Mann. Sehr, sehr geile Stimme hat der Typ. Mach lauter den Lachs. Aber wir beide sind lowkey. Lowkey. Yeah. In letzter Zeit fliegt. Durch all die Blessings und meinem Team. Self. Jeder Rapper hat keinen krassen Sound. Wenn sie beim dritten Date nicht klar macht, muss ich leider sagen, ciao. Labels haben keinen Plan. Aber Digga, es ist einfach. Wild in Maybach bei mir in der Einfahrt. Meld dich wieder, wenn du Forschungsverdreifachst. Bitch. Digga, ist das immer geil, finde man. Die Rapper über so Maybach und sowas reden, ne. Also nicht, dass es jetzt irgendwie blöd ist, dass sie es machen. Ich finde das immer geil, Digga, wenn ihr so eine geile Line bringt, dass sie geile Autos einfach vor ihrer Haustür haben wollen. Ich sage so, Mann. Der Typ ist ein bisschen underrated, Digga. Ich sage ehrlich. Also es ist nicht unbedingt die Musikrichtung, die ich mir safe reinziehen würde. Safe nicht. Aber ich finde, Mann, der macht also stabilen Track. Wenn ich jetzt auf einer Party wäre, ich höre den Track, Digga, würde ich auf jeden Fall mega fühlen. Verdammt, wenn ich auf jeden Fall gehe, ich gehe nicht. Heute tausend Babages im Club, Digga, ey. Du bist mit deinen Girls aus dem Floor, doch du sagst die nicht, dass du heut Nacht noch auf meiner Ducati sitzt. Also komm, Baby, ich habe Drinks und Ice Cubes. Küss mich bitte nicht im Public, jemand sieht dabei zu. Solange wir hier sind, machen wir keinen Move. Lass uns das Taxi, denn Baby, heute Abend sind wir low-key. Was soll ich dazu sagen, Digga? Ich weiß, was sie will, bisschen Speed, bisschen cokey. Ey, Joel Müller sagt selber, solche Songs für dich nicht so, aber das ist geil. Ja, Mann, genau so sehe ich das auch. Also es ist nicht unbedingt meine Welt, ne, aber Digga, der bringt die Wave auch sehr, sehr geil rüber, Mann. Wie gesagt, low-key von Lines, sehr underrated. Alles kein Ding, Baby, ja, shit, das ist low-key. Ey, ja, dein Boy ist so last, so kein Cash, dann in Brokey. Digger, hast du das gesehen, Mann? Ich gehe kurz zurück. Boah, da anders. Aber wir beide sind low-key, low-key, yeah. Low-key, aber komm ich in den Club, schreien alle Mosey. Mit Bitches gucken, Ripper, weil ich zu viel verdien. Und die Macker machen Auge, weil ich bin nicht wie sie. Oh, coole Stimme. Ich bin schnell, so wie kein anderer, ihr seid Standard. Mache Moves, glaub mir, ja, ich kann das. Drip, drip, an der Riss, was ich anhab. Und die Bitch findet mich cute wie ein Panda. Ey, ja. Geile Lines, Leute, das ist zillig. Oh, war obvious. Ey, ist gut, Digga, okay, ich sag, ey, ist gut. Ad-Track ist okay, man. Ja, alles kein Ding, baby, up, shit, das ist low-key. Safe, Digga, safe. Leute, gerne raufklicken, gerne raufklicken. Geil, Mann. Der geht gut. Hier, ich demonstriere direkt an der Stelle. Ich zeige euch, wie es läuft, Digga. Low-key, Playlist hinzufügen. Ach, Digga, Spotify ist alles. Spotify ist gebunden, ne? Oh, nee, ne? Ja, Digga, Vfue-Effekt-Freunde. Man kennt ihn doch. Ach, Spotify, Digga, ist mal wieder. Ist Spotify jetzt tot? Ja. Spotify ist dead. Ich will euch ganz kurz zeigen, wie ich das sehe, Digga. Ah, da ist Hanno, mein Allerbester. So. Wir gehen mal Low-key suchen von Lines. Und ich sage euch ehrlich, Mann, der geht Playlist direkt in neue, also, ich habe, ähm, hier, die neue 2022, Digga. Ja, perfekt. Ist schon in meiner Playlist drin. Ach so. Okay, ich weiß zwar nicht, warum, aber, oh, Digga, chillig. Also, das Ding ist auf jeden Fall schon in meiner Playlist am Start. Äh, gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, die beiden Künstlermann, also, Contra K, persönlicher Geschmack, ist ja auch immer klar. Zehn von Zehn, Freunde. Und Lines Low-key, obwohl es überhaupt nicht meine Wave ist, Digga, ich gebe eine safe 8 von Zehn. Und das würde ich bei mir persönlich sogar sehr hoch ansetzen. Aber Contra K, Bruder, hat alles rasiert. Aber das ist halt auch einfach, weil ich den Typen mega krass finde. Auch, auch ihn selbst, ne? Äh, wie gesagt, geil, Mann. Beide Tracks richtig chillig. Die werden direkt gepumpt in den nächsten Wochen. Habt ihr Bock auf mehr von sowas? Sollen wir sowas mal öfter machen? Einzelnen Chat, wenn ihr auf sowas Bock habt. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und damit ist Werbeende. Der Stream wurde heute gesponsert von Songpush. Mega nice. Äh, sehr, sehr geil, Digga. So, machen wir den Lachs mal wieder zu. Und wir haben jetzt ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, ne? Weiß ich mein. Und deswegen. So, ich gucke jetzt einmal ganz kurz. Perfekt. Ähm. Okay, okay, okay. Also. Weiter imploren. Weiter imploren. Wir sind jetzt im Kapitel 1 wieder. Und wir können mit Kapitel 2 komischerweise nicht spielen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber wir haben das Mega-Secret noch auszugraben. Kein Hut? Verkleiden? Mit synchrones Sonnenbrille? Digga, ich bin gespannt. Wir wollen uns mal das Arztgeschenk näher reinzwacken, ne? So, also passt auf. Das hier ist jetzt nicht mehr rot. Das Ding ist jetzt gelb. Und wir können dieses Geschenk öffnen. Wir werden dabei erst mal gucken, was diese Hüte bedeuten. Deswegen müssen wir mal ganz kurz... Ist nicht dein Ernst, Digga? Ist nicht dein Ernst, Digga? Ist nicht dein Ernst, Digga? Guck ihn dir mal an. Junge, du siehst sowas von aus wie Harry, Alter. Du siehst sowas von aus wie Harry, Digga. Das ist doch schon wieder zu wild. Das ist doch schon wieder viel zu wild. Ey, ehrlich jetzt. Mit Bart und fetter Nase, Alter. Was haben wir hier noch so? Ich guck mal weiter. Wir haben noch eine Mütze. Oha! Ey, voll cool, Mann. Noch zwei Stunden dreißig. Ich seh die Uhrzeit. Ja, doch, ich seh sie ganz gut sogar. Der kleine Racker hat auf jeden Fall auch Bock. Wir gucken mal weiter. Wir haben hier noch eine Krone. Das ist eine Papierkrone irgendwie, ne? Okay. Was können wir ihm noch geben? Hm, Partyhut. Ja, oh, oh. Mensch. Willst du meinen Geburtstag heute mit mir feiern, mein Kleiner? Hagi, hast du das gehört? Digga, geil. Geil, Bruder. Ja, fand er nicht so witzig. Okay, der heult den ganzen Tag, wenn ich ihn jetzt nicht aufhebe. Wir gucken mal weiter. Was haben wir noch? Den Piratenhut. Leute, der Kleine, der kann doch locker ein Schiff segeln, oder was, ne? Ahoi, Landmann. Na, was geht? So, wir gucken weiter. Das Arzt, äh, hier, das Arztgeschenk machen wir gleich. Die Sonnenbrille, Digga. SOG, Leute. Warte kurz, Mann. Will der sich mit mir fetzen? Ich sag, wie's ist. Oha. Er hat sich nach vorne gelehnt, Alter. Guck mal. Er sagt auch so, Bro. Dein Ernst? Okay, ich hol das Arztgeschenk raus. Ich hol das Arztgeschenk. Ich mein's ernst. Ich mach's. So, wir machen auf. Leute, was, was ist das? Haggi ist so süß auf deiner Schulter. Ja, ne? Und da ist der andere. Nein, ich hab noch Kissi Missi. Okay. Arztgeschenk öffnen, Digga. Oder was ist das denn? Ey. Ich seh hier schon die ganze Zeit was von Live-Event. Mods klärt mich einmal auf. Ich hol mal kurz einen Mod in meinen Kanal. Was ist da los? Ich move mal ein. Jo, Dominik, Digga, es geht. Live-Event in Fortnite oder was? Was geht da? Digga, das wird wieder anders werden, zeig ich dir. Ja, was geht da? Klär mich mal auf. Also, zum Story-Technischen. Es ist jetzt der letzte Kampf zwischen der Realität. Es ist halt so storymäßig aufgebaut. Es wird so sein, dass ein Roboter gegen die feindlichen Truppen kämpfen wird, weil die feindliche I.O. heißen die. Also, der imaginärte Orden jetzt ausgeholt, ähm, sind halt die Feindewichte. Und die müssen zerstört werden, um diese Realität von Fortnite aufrechtzuerhalten, diesen Kampf zu beenden. Wenn das halt so storymäßig ist, dann ist das eher nix für mich. Ich dachte, es wäre vielleicht auch irgendwie musikalisch oder so irgendwas cooles. Das wäre nice gewesen. Musikalisch nicht, aber man kann einen Roboter steuern. Alright, Digga. Ich geh wieder hoch. Jo. Also, Leute, nix für mich. Wir sind weiter drin. Wir haben jetzt... Junge, wir haben drei Flaschen. Sollen wir das mal... Es gibt vier Farben. Leute, welche Farbe nehmen wir? Welche Farbe nehmen wir? Digga, wir haben Zauberflaschen. Ey, was? Einfach Zauberflaschen, Digga. Der Trank ist für Kinder. Na safe. Wie ist der für Kinder? Na safe. Ich nehm grün. Ich nehm grün, okay? Wir nehm den grün. Wir gucken, was passiert. Hallo? Äh, wir müssen ihn mal ganz kurz den... Ähm... Also... Wir nehm ihn mal alles weg. Mach mal deinen Hut jetzt weg, du Trottel. Die Brille ist noch auf. Ja, perfekt. Funktioniert nicht. Okay. Ich geb dir jetzt diese grüne Flasche und du trinkst die einfach ganz doll. Habt ihr das gesehen, Mann? Was war denn das gerade für ne Scheiße? Digga, das war die Furzflasche. Nein, der Auge, bitte. Ey, komm. Okay, okay. Ich werd ihm mal die blaue geben, Digga. Ich geb ihm mal die blaue. Das ist ja schon wieder richtig gut. Oha. Bist du eigentlich klein, Digga? Junge, was ist das denn? Okay. Ich geb ihm mal die rote. Boah, Junge. Was ist, wenn ich ihm die rote geb? Bro! Hä? Ne, ich hab ein Baby. Lebt's noch? Was wäre, wenn wir dem nochmal die blaue geben? Okay, dann ist er wieder cool. Verstehe. Was ist denn die gelbe, Mann? Oha. Der Exorzismus kickt wieder rein. Ey, guck mal. Digga, das Ding ist am fliegen. Was? Das Baby ist am fliegen, Alter. Ah, ja. Äh. Digga, also, wir können doch bestimmt... Warte mal, ich hab ne geile Idee. Hol uns die gelbe. Und dann kombinieren wir das mit der grünen. Digga, jetzt. Er ist ready, Leute. Er ist ready. Safe. Safe ist der ready. Die grüne Flasche ist so cool, Mann. Gib mal gelb und grün, Digga. Ich hab' ich grad' gemacht, David. Ey, zu geil, Mann. Zu geil, Digga. Warte mal, wir könnten auch... Wir könnten ihm nochmal gelb geben. Wir geben ihm nochmal grün. Und wir geben ihm rot. Digga, guck mal. Der Explosionsfall war das grad. Auf ganz entspannt. Ey, crazy. Das Arztgeschenk ist ultra witzig. Ultra witzig, Digga. Ich sag, wie es ist, aber das werden vielleicht nochmal die ein oder anderen The Baby in Yellow folgen. Jetzt können wir wahrscheinlich hier lang. Kapitel 2 geht, glaub ich, jetzt nicht viel. Ich würd's tatsächlich einmal ganz kurz anzocken wollen. Aber ansonsten... Der ist grad neu geboren und er explodiert. Alter. Der Typ ist grad neu geboren und hat ein Bart, eine Brille und eine fette Nase, Digga. Ist dir das doch nicht mal aufgefallen? Bei ganzem Ernst, Mann. Also diese Flasche... Oha, der fliegt richtig. Man könnte mit... Man könnte damit den Weitwurf im... Alter. Man könnte damit den Baby-Weitwurf generieren. Das wär natürlich nice. So, wir drücken mal den Schalter. Wir gehen mal mit dem Fahrstuhl runter auf entspannt. I believe I can fly. Deine Mutter klaut by Sky. Das war damals unser typischer Spruch, so. Freunde, was ist eigentlich los? Likes ausverkauft heute? Oder was geht bei euch? Pigments wahnsinnig. Ich guck. Erstmal gucken. Erstmal gucken und schauen, was passiert. Wenn alles so ist wie sonst, dann lassen wir's. Klassischer Fahrstuhlbesuch. Fagi, der Pettbeer, ne? Ja. Ähm. Okay. Also... Bisher alles cool. Ich hasse Internet. Ja, ich auch. Ich auch, Mann. Ich hasse Internet auch. So. Ah, ja, Bro. Äh, reicht jetzt auch mal wieder? Dann? So? Okay. Tatsächlich, äh, haben wir hier nichts Neues. Nun gut. Und, ähm, da dürft ihr euch... Also, da machen wir jetzt folgendes. Der, du bist du schon umgezogen? Ja, bin ich. Äh, ich stream jetzt auch schon aus dem neuen Studio, falls man das noch nicht sieht. Also, ihr müsstet es eigentlich sehen. Ähm. Ähm, ach so, ich hab den Songpush, äh, Kram noch angelassen. Sorry, Leute. Und hier kann ich einmal, zack, das Ding oben rausnehmen. Ähm. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen Switch zu einem anderen Game. Das Babyfilme mit dir spielen, Mann. Ja, also, das Baby, Digga. Das ist immer schwierig. Ihr könnt euch das jetzt aussuchen. Ähm, was ihr sehen wollt. Also, wir werden um... Viertel nach elf, in anderthalb Stunden ungefähr, werden wir mit, äh... Ach, sag schnell. Dem Feuerwerksimulator anfangen. Ich werde ein cooles Feuerwerk bauen und so. Und hab auch richtig Bock. Wir werden geile Musik hören und so weiter. Und, ja, werden wir in den 27. dann richtig reinfeiern. Hagi ist ja da. Na? Der gute Alte. Na? Du bist ja da. So. Ähm. Wir gehen jetzt raus. Die Möglichkeit wäre natürlich, nochmal wieder Poppy Playtime reinzugrinden. Da hab ich aber prinzipiell jetzt momentan noch nicht so ganz Interesse dran. Wir können aber auch, äh, andere Sachen zocken. Ich, äh, hole euch das mal ganz kurz her. Und, Digga, ich werde mir von Contra K auf jeden Fall noch mal sein neues Lied ziehen, Digga. War nämlich schon wieder ganz wild. Ah, ja. Fühle ich. Digga, sie hätte nicht auch mal so eine Musik auf YouTube abspielen darf. Nathalie, vielen, vielen Dank für 10 Euro per Superchat. Dankeschön. Wenn mein Kind schläft, lass die Party beginnen. Lass die Party beginnen. Safe. Machen wir so. Poppy Playtime haben wir so viel. Ja, haben wir auch, ne? Ich bin, ich bin auch eigentlich nicht so... Kannst du mal in das Studio zeigen? Ah, schwierig, Digga. Schwierig. Also, lasst mich mal ganz kurz gucken, was wir noch so haben. Wir hätten den Cooking Simulator, aber ich hab mein Cosplay noch nicht da. Hm, ich werde jetzt mal ganz kurz ne Gabel von meinem Salat essen. Ihr könnt ein paar Vorschläge gerne in den Chat machen. Ich hab auch schon Deal on No Deal überlegt. Aber es ist irgendwie auch nicht so cool. Ich weiß halt nicht, was ihr in FNAF sehen wollt. No. FNAF fühle ich halt nicht. Wie wäre es mit Superliminal? Digga, das ist so ein Drogengame, Mann. Ich zeig euch. Ich zeig euch so ein Drogengame. So ein Drogengame. Du denkst wirklich, du weißt nicht mehr, was Realität ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt entspannt streamen kann. Ich hoffe schon. Also, es gibt hier auf jeden Fall ein wenig Probleme mit dem Game selbst. Und ich muss jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz gucken. Schwierig. Wir könnten Superliminal zocken, falls ihr Bock habt. Das Game ist mega, ne? Wir können den Drogentritt machen. Machen in der Beschreibung 18+. Warum? Warum 18+. Das machen, Digga. Ah, das mit optischen Illusionen. Digga, das ist ganz wild. Ganz wild. So. Mal schauen, ob das alles passt. Jetzt ab. Was ist das denn für eine Frau? Superliminal. Wenn es so real ist, wie du gerade meinst. Nein, 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 nein. Hm. Ihr werdet sehen. Es wird sehr, sehr krass. Morgen, morgen gibt es auf jeden Fall OG-Stuff. Wenn wir morgen zocken. Hey. Um was geht da jetzt? Hey, hast du eine Idee? Hast du eine Idee, Mann? Loading Game. Ah, ja. Was? Ja, was ist das denn? Was ist das denn hier? Hä? Ja, wo bin ich? BASD Maus? Was ist das denn? Hallo? Terms of Service. Hä? Hä? Ich hab jetzt hier irgendwas unterschrieben, Mann? Leute, Klassiker, ne? Was ist das da oben? Okay. Hä? Ist da eine Tür auf einem? Digga, da war doch gerade keine Tür, oder? Chat? Da war gerade keine Tür, Mann? Hallo? Was geht denn hier? Ja, das ist, ähm, also ich muss jetzt tatsächlich erstmal ganz kurz, äh, was gucken, ne? Weil, also eins nervt mich hier, und zwar hätte ich ganz gerne den Fenstermodus, Digga. Der ist für euch, der ist, also für mich ist der nicht so geil, für euch mach ich den jetzt aber geil, damit wir da keine Problems bekommen. Ähm, so. Lürfte jetzt für euch etwas besser sein, vermutlich. So, ihr habt den jetzt voll, und ich kann dadurch besser im Stream einfach agieren, auch auf den Chat eingehen und so, ne? Deswegen. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz reingucken. Ich bin mir noch nicht so sicher, was das hier wird. Was ist das für ein Game, Digga? Was ist das für ein, was ist das für ein Game? Das sind Schachfiguren, Mann. Okay. Hä? Leute? Habt ihr das gesehen? Ich hab hier etwas runtergenommen. Digga, es ist einfach größer geworden. Hä? Okay. Wie ist denn das so? Okay, Mann. Ah, ja. Okay. Ähm. Muss man das jetzt umgekehrt machen? Oh. Also ich mein, scheiß mal der Hund drauf, ne? Aber läuft ja. Terms of service accepted. Nutzungsbedingungen akzeptiert. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie eingeschlafen sind. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Also falls ihr immer mal wissen wollt, wie das ist, wenn man Alkohol trinkt, ne? Digga, so. Es passieren Dinge, die komisch sind. Okay. Lol. Wir können die Sachen kleiner und größer machen. Okay. Es ist erstmal so ein bisschen puzzelmäßig angelehnt. Ah ja. Dann verstehe ich ja gleich, wie der Hase läuft hier. Guck mal, ne? Jetzt komme ich richtig gut voran in dem Game. So ein Ding ist das nämlich. Ganz geschmeidig. Ich muss jetzt einfach erstmal nochmal eine kurze Gabel essen. Keine Objekte. Digga, ich kann doch nicht durch. Wo bin ich denn, Mann? Hä? Ja, lol, Digga. Ich muss den jetzt so riesengroß machen, oder was? Okay, pass. Easy Lösung. Also. Ah, das Game. Jetzt muss ich den aber so richtig groß machen, Leute. Ja, scheiße, doch. Ich glaube, das funktioniert nur so. Ja, wir müssen das Ding jetzt irgendwie größer machen. Aber wie? Ah, okay. Ich mache aus der kleinen Kiste eine große. Ja, okay. Gehen oben rauf. Na, weiter geht's. Was ist das denn? Was ist das denn? Ey, schwarz. Ich dachte, da steht so ein Ding. Guck mal. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. Hagi ist so süß auf der Schulter. Finde ich auch. Ich feiere das Game mega, Mann. Ich sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Es wird jetzt aber, ich habe das Gefühl, es wird diese andere, diese andere way to go, Digga. Also, das hier ist wirklich sehr crazy. Wir gehen weiter gucken. Okay. Wieder einfach einen Raum. Ja, easy going. Das ist leicht, Digga. Das ist sehr leicht. Das war, also das war wirklich gar nichts, ne? Also, das war sehr, sehr easy. Wir gehen weiter gucken. Hä? Zum Rotieren rechtsklick halten. Ah ja, das geht auch. Hä? Wie sollen wir denn da oben hochkommen, Mann? Digga, was ist das denn? Ach was. Lol, mit dem Käse, Leute. Ich baue mir einfach eine Treppe. Yeah, crazy. Das Game ist doch schon wieder richtig verrückt. Geil, Mann. Ja, das Spiel ist gut. Ich finde das nice. Ich habe sie so informiert, dass sie sein Traum ist und sie sind nicht aufgewacht. Sie sind nicht aufgewacht. So, wir haben diese Tür offen, aber wir wissen nicht, was die... Oh, wir können das sogar runternehmen. Entspannend. Gucken weiter, Leute. Erstmal schauen. Was ist das denn? Dream Solar? Hä? Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force cannon will be authorized to ensure patient safety. Hey, Chatware will auch eine. Chatware will auch eine. Irgendeiner? Eins, den Chatware eine Soda will, Digga. Sagt mal ehrlich. Okay, Leute, ich hole euch eine. Ja, Digga, Soda-Maschine ist kaputt. Sorry, man. Also. Digga, Soda-Maschine ist kaputt. Bitte benutze die andere Tür. Ja, was für ein Scheiß, ey. Na gut. Ja, was soll ich sagen? Soda-Maschine ist Schrott. Ich hab alles gegeben. Was ist das hier? Aha. Da ist ein Spiegel, der ist kaputt. Ja, da weiß ich, was zu tun ist. Was ist das hier unten? Ey, ich check erstmal. Also, das Game an sich erstmal okay, sag ich. Okay. Ist doch nicht so mega. Sag mal. Was ist das denn? Ich muss das Ding richtig groß machen, glaube ich, ne? Hä? Was geht denn jetzt ab? Naja, das Ding bewegt sich, alter. Verrückt. So, Leute, wie kriegen wir das Teil jetzt durchgeboxt? Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen. Ach, Junge, muss man gar nicht. Ach, Digga, muss man gar nicht, ne? Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. So, wir machen das Ding mal ganz kurz kleiner. Ich muss das Ding noch kleiner machen. Wir müssen es richtig klein schrumpfen. So ist gut. Dann schön da hinten. Ja, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Ich weiß es wirklich noch nicht. Aber. Könnte hinhauen. An das Ding. Wir kommen da safe nicht ran. Ich denke, es ist nicht so easy. Hä? Hallo? Leute, wo ist der Würfel hin? Ist einfach weg, Digga. Und jetzt? Und jetzt? Das ist doch Betrug. Das ist doch Betrug. Ja, toll. Also, ich setz mal zurück. Nice. Luke und Betrug. So. Ich denke, wir müssen eine bestimmte Größe erreichen. Kann das sein? Nein. Kann nicht sein. Wir müssen vielleicht einen bestimmten Winkel erreichen. Kann das sein? Wir werden es testen. Jawohl. Geschafft. Okay. War doch ein bisschen... All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnascult, please provide a comprehensive, rational explanation in your post procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Ah ja, entspannt. Das war jetzt einfach. Wir gehen mal weiter. Ich weiß halt wirklich noch nicht, was das ist, Leute. Aber irgendwie... Hier sind Früchte oder so? Hä? Bin ich nicht eh... Digga, was ist das denn? Träumig? Oder ist das... Das waren doch gerade die gleichen Räume, ne? Alter, ich bin doch drauf. Ich bin doch voll drauf. Okay. Wie zur Hölle soll man das jetzt machen? Das Schild hängt schief. Ah, Klassiker, Digga. Ja, entspannt. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt, äh, Distinct da irgendwie... Ey, scheiße. Ist das ein komisches Game. Das Game heißt Superliminal, meine Freunde. Mit Hakiwaki auf der Schulter. Ist klar. So, ich werde mal... Ah, natürlich. Jetzt habe ich's, Digga. Ich werde einfach mal das Schild größer machen. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Das ist doch auch einfach zu easy, oder was? Sehr nice. Genauso gehört sich das. Ja, wir sind easy durchgekommen. Auf entspannt. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okay. Digga, ist hier die Wand? Hier ist die Wand, Leute. Hey. Hier ist ein Käse-Ding. Hm, warte mal. Was können wir denn damit jetzt machen? Können wir hier auch in diese Sachen reingucken? Ja, wir sehen hier auf jeden Fall einen Weg draußen. No, warte kurz. Das ist ein Käse. Einmal, glaube ich. Was ist denn das immer? Meine Gü... Lol. Man sollte ja gar nicht hochklettern, glaube ich. Oder? Ah, doch nicht. Okay, chillig. Wo sind wir jetzt? Der Ausgang, Digga, chillig. Nice, Mann. Okay, nice. Wir haben das Level geschafft. Dicker, was? Es ist drei Uhr. Ich scheiße auf den Alarm. Und ich mach den Wecker kaputt. Oder lass ihn leben, Digga. So ein Ding. Aber sonst nix. Da hinten ist das... Leute, wer will ne Soda? Ich hol mir erstmal ein. Auf ganz entspannt. Wer will ne Soda? In den Chat. Schreibt mal kurz rein. Wer will ne Soda, Leute? Green Soda für euch. Danke für den Follow-up Twitch. Was ist denn da passiert? Ich, Bruder. Okay, Joel Müller. Ich hol dir auch eine. Ja, Joel. Tut mir leid, Digga. Gib nur eine. Joel, die gehört mir. Okay, Joel. Ich teile, Digga. Komm. Ich packe auf. Aber ich bin der, der als erstes trinkt, Digga. Weil dann, ne? Ist der Rand richtig schön glipschig mit Zabber, Mann. Geil. Was ist das hier für ein roter Raum? Ja. Ich bin in einem Hotelzimmer oder so. Also in der, oh Gott, in der Lobby. Da ist ein Ausgang. Was denn? Zimmer 201? Hä? Was? Was ist das denn? Ah ja. Bro, das Ding da hinten sieht auch schon wieder. so komisch aus, Mann. Wer macht sowas? Junge, wer hat sich hingesetzt und macht so ein Game, Digga? Das ist doch geisteskrank. Da ist ne Wand. Steht da drauf. Äh, Ausgang vorüber... Gehend umgezogen, Digga? Hä? Okay. Hm. Ah ja. LOL. Toll. Als ob, Mann. So gut gemacht. So gut gemacht. Ich hab'n Schalter gedrückt. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber okay. Hä? Ich fühl' mich ganz komisch grad, Mann. Ganz komisch. Das ist noch ein Schalter? Was sind das für Schalter, Mann? Was sind das für Schalter? Ich mache Dinge im Spiel, die keinen Sinn ergeben. Kannst du in dem Game Hacktime machen? Könnte man theoretisch schon, ja. Soll ich das Game nächste Woche als Video bringen? Was meint ihr? Also erst mal muss ich jetzt tatsächlich mal schauen, was sollen wir hier eigentlich machen? Hier sind überall Notausgangsschild. Kann ich die alle nehmen? Kann ich. Was kann ich damit machen? Okay, Leute. Ich hab' jetzt hier Notausgangsschild. Auf entspannt. Das Ding wird immer größer. Warte mal. Ich könnte doch... Digga, das ist der way to go. Oh, das ist doch der way... Das ist doch locker der way to go, Digga. Ich kipp das Ding mal so ein bisschen um. Nice. Und wir bauen uns hier so eine Brücke, oder was? Ja, safe. Und dann... bauen wir uns hier vielleicht nochmal was Geileres hin. Ja, das könnte von der Höhe auf jeden Fall gut passen. Sehr nice. Oh, wir sind raus. Was ist das jetzt? Loil. Da vorne ist ein Radio, Leute. Was ist das hier für eine Tafel? Ey, ich versteh gar nichts mehr, Mann. Ich versteh gar nichts mehr. Was ist das auf der Tafel da? Irgendwelche komischen Sachen. Weiß ich auch nicht. Ist das ein Horrorgame? Weiß ich noch nicht. Hallo. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Und ich würde euch sagen, wie einzigartig du bist. So special, in fact, dass wir keine Ahnung, wo du bist. Aber nicht zu worry. Wir arbeiten bereits an einer Lösung des Problems. Oh, nö. Leute, ich weiß nicht. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Ne, das passt. Was ist denn das jetzt hier? Ach, was. Ui, Memo. Alter, das Game kann aber schon gut anstrengend werden, ne? Ist es jetzt hier? Hier ist es? Da ist ein Tisch. Ja, da ist ein Tisch. Okay. Und jetzt? Jetzt habe ich einen Tisch, Leute. Da ist, Digga. Ich habe einen Tisch. Ah, easy, Digga. Easy. Und ich habe einen Würfel. Boah, guck mal, wie das Game dich triggert, ne? Alter, ist das crap. Ach, was. Das Ding kann man groß machen. Dankeschön für zwei Euro, Ronja. Vielen, vielen Dank. Gott. So, wir gehen hoch. Du bist der Beste und das muss unterstützt werden. Dankeschön. Leute, haben wir schon wieder viel zu viel Support. Das Game seht ihr immer in der Chatbox. Beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Da habe ich euch das auch nochmal rauf gemacht. Okay, wir gucken weiter. Was geht denn jetzt? Hier ist eine Tür. Irgendwie eine Tür. Ja, wie zur Hölle? Was sollen wir hier machen? Ich muss außerhalb der Box denken, Leute. Wortwörtlich. Ich darf nicht denken wie ein Normalo. Für dieses Spiel muss man geistig krank sein. Also wirklich, geisteskrank. So. Jetzt. Digga, wo ist hier was? Er hat mich automatisch dahin geführt, sozusagen. Automatisch zu dieser... Lol. Als ob, Mann. Die war doch gerade noch nicht da. Hä? Stimme ist zu laut. Ist sie zu laut? Ich habe jetzt tatsächlich mal beim Mike ein bisschen runter gemacht. Oder ist das die... Der Gamesound, Digga. Soll ich den Gamesound ein bisschen leiser machen? Habe ich gemacht. Noch eine Stunde oder so hast du Geburtstag. Also ich sehe eine Stunde 55 tatsächlich, ne? Wir werden auch gleich ein bisschen mehr in den Party-Modus kommen. Aber erstmal wollte ich noch ein bisschen mit euch zocken. Und essen. Wollen wir später noch auf Poppy Playtime-Videos reagieren? Habt ihr Bock? Wir haben jetzt erstmal den A. Okay, dann geben wir einen Update, wo ich bin. We still don't know. But please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. War ja klar, dass das nicht so easy ist, ne? Okay. Lass mich kurz überlegen. Freunde, wir müssen halt immer wieder irgendwas ganz... Ah, natürlich. Ja, na klar. Dann müssen wir zusehen, dass wir da oben raufkommen und haben dann diese komische Figur sozusagen. Die hier. Und da ist dann... Da ist ein Eingang und hier. Sehr komisch. Warte mal. Ich nehme erstmal den. Natürlich. Oh Gott. Ist mein... Oh, mein Mikrofon läuft noch. Ich bin hier aus Versehen am Kabel einmal langgekommen. Ich muss das hier nochmal ganz kurz ziehen. Perfekt. Was ist... Was denn, Digga? Hier ist ein Würfel drin. Okay. Na ja. Dann würfeln wir doch mal. Was geht jetzt? Wir haben das gewürfelt. Na ja. Okay, bringt nichts. Wir gehen raus. Wir sind draußen jetzt? Okay. Cool. Sehr cool sogar. Schätze mal, wir können da einfach durch. Tatsächlich. Und nimm das Radio mit. Er sagt halt immer, dass der Dr. Glenn Pierce ist. Das finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Was ist das denn hier, Mann? Was ist denn das für ein Aal? Fenster da oben. Was ist das? Digga, ein Schalter. Macht gar keinen Sinn, den Mond zu nehmen. Ey. Die haben das so gut gemacht, Leute. Krass. Und was sollen wir damit jetzt machen? Da sind Sachen drauf. Das sind einfach Sachen drauf. Hallo. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In dem Moment, dass dieser Elevator nicht weken wird, bitte nicht interaktieren mit nichts, das dich psychologisch sehr wichtig macht. Warte mal, ich gucke jetzt erst mal, was hier noch so ist. Loi, guck mal. Einfach? Digga, wie mindblowing ist das denn? Es ist der Drogentrip. Ich sag, wie es ist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Hier ist ein Fahrstuhl, Mann. Nicht verloren gehen. Ähm. Drei bis fünf Träume pro Nacht hat eine normale Person. Ich geh da einfach mal rein. Natürlich. Ein bisschen Fahrstuhl fahren und so. Blum, blum, blum. Ja, was ist das denn für ein Loading Screen? Okay. Wir gehen weiter gucken. Gute Nacht, Olga Franzen. Schlaf später, gut. Was ist das jetzt hier? Jetzt auf entspann. Das ist ein Traumzustandsparadox. Ihr Entscheidungen betrachten eine Verlust von Orientation, das reflektiert an der Standard-Orientation-Protokoll. Ihr werdet diese Verlust sofort in einem Traumzustand. Was? Was? Also, ich kann mit dem Würfel wahrscheinlich hier hochklettern. Also, ich nehme den Würfel einfach mal sicherheitshalber mit. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Da vorne ist noch... Ja, okay. Da kommen wir eigentlich easy rauf. So. Hol. Warte mal ganz kurz. Da ist ein Schalter. Hä? Halbe Würfel oder was? Komisch, ey. Das ist richtig komisch, Leute. So. Ich denke, wir sind oben. Also, wir kommen... Also, wir kommen... Hä? Was ist das? Ich gehe zurück. Wir gehen da rein. Bro. Gar nicht. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Jetzt fängt das Spiel ganz komisch an sich zu turnen, Digga. Einmal Dream Soda für alle. Digga, ich gönne euch. Ich gönne euch, Leute. Ich gönne euch. Ich gönne euch. Wir gehen weiter, Digga. Digga, die Würfel sehen richtig merkwürdig aus. Einfach hoch. Eins, fünf, vier, zwei, drei. Digga, beste Leben. Ah, das waren wieder die Würfel Baits. Okay. Man dachte, man muss hier was aufsammeln. Aber muss man nicht. Dann gehen wir mal da weiter. Wir nehmen den Schalter hier natürlich mit, selbstverständlich. Was ist das denn? Was ist das denn, ey? Okay, man kann die komplett runter machen. Lol. Ey, das reicht doch, oder was? Ja, locker. Weiß gar nicht, was da los ist. Okay, das Game ist tatsächlich noch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, was das für ein Game ist, Leute. Ja, das könnte hinhauen. Also, vielleicht so, sag ich mal. Ja, so bestimmt. Perfekt, easy. Auch gelöst. Wir gehen weiter gucken. Ah, netter Versuch. Aber ist mir egal. Lol. Hier geht's runter. Ah, okay. Rein geht's. Wow. Hä? Da ist der Fahrstuhl. Morgen schaue ich dein neues Video an. Ich schaue mir später auch noch Poppy Playtime an. Was spielst du denn? Kostet das Spiel was? Weiß ich gar nicht. Kostet das was, Freunde? Kann das mal jemand checken? Was ist mit dem Loading Screen los? Digga, der verändert sich. Bester Ladebalken. Hey, wir laden nur kurz GTA 5. Klassiker. Ah. 500. Äh, nee, was machen wir mit dem Wecker aus? Reicht doch. Es ist 5 Uhr morgens. Alles ist cool, Mann. Alles ist cool. Ich scheiß auf das Radio. Komm, wir gehen einfach... Er macht das Automatisch an. Und despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong? Even when the sun is shining. Du, ganz ehrlich. Das Game, Digga. Ist okay, Mann. Aber ich hätt's mehr gefühlt so. Ähm, ich sag wie es ist. Hätt's halt mehr gefühlt. Und wenn das ein bisschen irgendwie so in die Hochschlinie gegangen wäre, ne? Weil da hätte man aus dem Game was cooles machen. Digi, was ist das denn jetzt? Digi, was ist das denn jetzt? Hallo? Okay. Ah ja, Licht flackern, Leute. Okay. Habt ihr das gesehen? Hinter mir ist nichts mehr. Das Spiel tönt auf einmal ganz anders. Digga, da ist Blut. Da ist Blut, Leute. Und ein Handabdruck. Was ist hier passiert? Ohne, nee, ne? Ich weiß nicht, Mann. Ich kann, ich kann tatsächlich nichts dazu sagen. Also ich... Was soll ich sagen, Bruder? Guck uns das Game mal an. Die Tür ist zu. Und hier? Können wir jetzt einfach weitergehen? Loll. Okay. Wir können auch abseits des Lichtes gehen. Ah ja. Checkt jemand, was hier abgeht? Digga, ich check gar nichts. Ich check gar nichts mehr, Digga. So mit Hakiwaki und so. Wenn der da... Da steht Stirb! Diät... Diät-Cola. Alter. Man denkt dann erst, da steht Stirb, ne? Aber dann ist das Diät-Cola. Okay, sie... Er macht irgendjemand die Türen zu. Wir haben hier rote Farbe. Oh nein, die geht den ganzen Gang da hinten lang. Ich gehe da einfach durch, Leute. Nein! Nein! Oh! Oh, okay. Warte mal, hier ist Weg. Ist auch Weg. Licht geht an. Okay. Wir gehen dem Blut hinterher. Frage, was spielst du noch? Feuerwerksimulator ist später dran. Wir machen gleich noch ein bisschen entspannt. Hello. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Und ich möchte noch mehr über die Gefühle der Wertschluss und Selbstdoubt sprechen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Was ist das denn? Du fühlst das so, weil du das Kind der glückliche Leben hast, die du dir all rundherum sehen möchtest. Alter, nur eine Schachfrau, Mann. Und das ist genau das, warum wir hier helfen, um zu helfen. Okay, wir gucken mal hier rein. Hier ist überall Blut. Klassiker. Das ist hier ein Raum. Wir können auch weitergehen. Wir sehen jetzt den Schatten, Leute. Wir sehen den Schatten. Ah, da war ein Pfeil. Hier ist die Treppe nach oben. Was für ein Müll. Oh, okay. Ja, wir sind durch. Oh, riesen ist. Das rote Licht ist wieder da. Was macht man jetzt? Das Ding leuchtet auf jeden Fall gut. Können wir damit irgendwas da hinten beleuchten oder so? Irgendwas? Nee, wir können das safe nicht sehen. Ich gehe mit dem Teil mal wieder zurück. Vermutlich müssen wir irgendwas anderes machen. Nö. Doch. Hier müssen wir durch. Leute, was ist denn das? Ist das ein Horrorgame oder ist das einfach ein Rätselspiel? Was glaubt ihr hier? Nehmen wir rüber zu Poppy Reactions? Ich habe richtig Schiss. Weil wenn es mich gleich hittet, Alter, dann wieder anders. Was? Okay. Da vorne ist wieder so ein Notausgangsschild. Können wir irgendwas machen? Irgendwas? Wie lässt es einfach erst mal fallen? Ähm, diese Tür hier ist... Okay, da ist eine Mauer davor. Dann würde ich doch einfach mal sagen, machen wir mal richtig den Weg, oder? Komm schon. Oh, sehr gut. Ich habe mir schon fast gedacht, dass da was ist. Aber, also manche Rätsel sind sehr, sehr easy, sehr oft hier ist auf jeden Fall. Hier ist ein Messer. Hier ist ein Messer. Da ist überall Blut. Wir sind gleich da, Leute, glaube ich. Wir sind in dem Möbelhaus, Mann. Wir sind in dem Möbelhaus, Mann. Der Idea-Markt. Das haben sie auch von Ikea geklaut. Oh Gott. Oh, der Generator fängt sich ja wieder anders rein. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Die haben hier gestrichen... Ah, es ist kein Horrorgame, Leute. Einfach der, einfach mit Farbe gestrichen. Also, so billig, Mann. Ey, zu gut. Zu gut. Okay. Wir machen an der Stelle einen Cut. Äh, ganz nice, Digga. Ganz nicees Game. Sehr, sehr witzig. Finde ich persönlich echt sehr nice. Aber, wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen in Poppy Playtime rein zwitschern. Und ich muss mal ein paar Videos jetzt kurz mal ready machen. Gebt mir mal einen kleinen Moment. Schau mal eben, was wir uns so reinziehen. Dafür müsste ich jetzt halt auch nochmal die anderen Kanäle checken. Habt ihr so von den üblichen Verdächtigen mal was gehört? So von den Kanälen jetzt hier mittlerweile? Also, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Slime Cat oder Cave Game oder Lime. Iron Studio hat nichts gehittet. Die Screen ist crazy-paisy. Denover spielst du. Ich hab Superliminal gespielt. Man nennt es auch den Drogentrip. Aber auf diesem anderen Niveau. Könnten eigentlich... Also, Vanessa, bist du noch da? Vanessa Lang. Machen wir wieder BMG-Reaction. Ah, haben wir momentan nicht so den Turn drauf? Bin ich ehrlich? Okay, Moment. Ich muss tatsächlich einmal kurz gucken. Wir könnten uns Slime Cat mal reinziehen. Oder ich geb noch mal kurz vor wie Playtime. Video. Hui. Das klingt interessant, Digga. Das klingt interessant. Von Hornstomp Games. Müsst du erst mal gucken. Ich muss hier raus. Aber wo ist der Exit? Was ist da los? Einfach mein Browser grad stuck gewesen. Einfach mein Browser grad stuck gewesen. Okay. Wir machen jetzt entspanntere Mucke auf jeden Fall. Weil jetzt, Leute, wollen wir natürlich auch mal langsam wieder in den Vibe kommen, sag ich mal. Na? So. Backstory. The Prototype Origin. Oh, das klingt interessant. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Der Prototyp. Klingt interessant. Also es gibt irgendwie... Oh, vorsichtig. Gibt auf jeden Fall irgendwas über den Prototypen. Da, die Hagi-Wagi-Killer-Klaue, ne? Die hören wir uns. Also das ziehen wir uns gleich rein, Leute. Das ziehen wir uns gleich rein. Enthält bezahlte Werbung. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal checken. Oh, sorry. Ich hab's nicht gesehen. Und natürlich muss ich den Desktop noch ein bisschen, äh, klar machen. Ich hol euch... Ich hol kurz eine Stelle rein, damit die Leute gleich wissen, um was es geht. Ich muss einmal ganz kurz gucken. So, ich bin gleich wieder da. Ich hol mal was zu trinken, Leute. Hagi, du bleibst mal auf entspannter Basis jetzt, ne? Ich lass Hagi mal kurz hier sitzen, Leute. Bis gleich. Jetzt ist es an der Zeit, dass den Leuten Bescheid sagt. Um 12 Uhr ist hier Geburtstag, Digga. Auf ganz will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab grad gesehen, dass hier noch was schiefgelaufen ist. Perfekt. Also, Leute, bis gleich. Also, Leute, bis gleich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da war der Prototyp drin, Leute. Das Video bricht ab, das kennen wir. Oh. Experiment 1006 war ein voller Erfolg. Epic Zombie. Gute Nacht. Alter Schwede, das ist doch kein Spielzeug, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Slimecat wird gleich, glaube ich, chilliger, Mann. Okay, die wollen jetzt noch mehr Tapes suchen, damit sie diese Geschichte beenden können. Und da ist der Prototyp, ne? Der weiß jetzt Bescheid. Er weiß genau, was die jetzt machen wollen. Das wird schwierig. Okay. Noch ein Tape. Ist auch wieder schwarz. Da ist wieder dieser komische Typ. Er sagt selber, sie sollen diese Tapes nicht ansehen. Das ist für jeden das Beste. Oh, wenn man die Geschichte vom Prototypen besser kennenlernt, ja? Mit diesen Tapes wird man noch mehr zum Ziel. Na, also der Prototyp. Ich habe ihn ja letztens auch schon vorgestellt in einem meiner Videos. Ich hoffe, Leute, dass ihr den sehr, sehr gefeiert habt. Weil, ähm, ja, da steckt halt natürlich sehr viel Mühe drin. Und das ist ja auch so ein Cliffhanger für Chapter 3, ne? Die Klaue so. Was ist das für ein Wesen? Was ist stärker als Mami Long Legs? Mami Long Legs war schon ziemlich stark, hat alle gegessen. Was ist das, ne? Okay, Kassette geht rein. Der Fernseher läuft auf jeden Fall ganz gut. Und wie sind die Präparationen für Experiment 1006? Der Hostbody hat komplett zu Ihren Blueprints gemacht, Sir. Hostbody? Seine lange metallische Klaue haben eine Klaue, die sehr stark genug ist, um die Klaue zu zerstören. Okay, also das hier ist anscheinend ein Körper, wo ein Mensch drin ist. Irgendein Mensch ist diese Klaue. Und das hier ist halt quasi diese Blaupause. Die haben jetzt hier diese Kralle gezeigt. Also zwei Krallen. Er hat vier so ne komischen Beine. Sieht bisschen roboterhaft aus, aber irgendjemand ist in ihm drin. Also irgendjemand. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, an, mal an. Das war auf jeden Fall das Experiment 1006. Das ist ein Angestellter, der erzählt hat, in dieser Kassette ist praktisch. In der Patience and Quiet. You have an experience, the loss that I have, when someone close to you dies. Wow. It makes a hole in your heart that can never be filled. But Sir, with this new technology, I will live forever as a toy. Der Lace Pierre, nein, Leute, der Poppy Playtime Entwickler, das ist der hier, hat gesagt, dass man in so einem Körper, wie die den halt gemacht haben, in so Experiment 1006, ne? Das ist in diesem Körper, die Leute auf ewig leben können und er will das machen. Der hat eine Pistole. Da ist jetzt der Prototyp wieder. Der snickt sich so an. Warum wäre dieser Typ nicht gekickt? Das ist eine Frau. Ja, und er hat ihn abgeknallt. Bild. Oh, wow, 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 wow. Der kann reden, Digga. Er rückt. Er will den Grab-Packmann essen, ne? Und er wirkt ihn schon. Wow, das ist Strom. Alter Schwede, ey. Verrückte Geschichte. Richtig geiler Content. Muss ich schon sagen. Die gehen jetzt beide durch den Schacht. Invent ist nie gut, ne? Was ist jetzt mit dem los? Der ist Gentil. Boah, yo, ist der crazy. Starker Gegner auf jeden Fall. Muss man sagen. Boah, hier ist der Tresorraum. Also, naja, es ist kein Tresorraum so richtig. Ich weiß jetzt nicht, wo die gerade sind. Die wollen mehr über ihn rausfinden, das heißt, sie werden irgendwann Opfer werden. Gute Nacht, Leute, an alle, die offen sind. Kein Problem. Schlaf gut. Okay, wir wollen jetzt mehr über Mr. Ludwig rausfinden und müssen halt in dieses Regal rein, weil da wahrscheinlich mehr Inwanderung sind. Das ist die Akte von dem Chef, Leute. Und da hat der Prototyp wieder zugeschlagen, ne? Das muss der Chef sein von der Fabrik. Wow, wie stark der ist, man. Hobby versucht, ihn jetzt zu überreden. Hey, lass uns mal in Ruhe, ne? Wir haben ja auch Familie. Er hat halt seine ganze Familie verloren, Leute. Und deswegen will er jeden umbringen. Das Experiment ist hässlich. Also, was ist das denn? Er hatte damals eine Frau und ein Kind und man weiß ja, seine ganze Familie ist gestorben. Weißt du nicht, warum? Das erste Poppy-Design ist genauso gewesen wie seine Tochter. Seine Tochter ist halt krank geworden und gestorben. Wegen so ein übelster Wissenschaftler, man, der versucht, seine Tochter wiederzuretten. Seine Frau hat ihn deswegen verlassen. Und weil er jetzt alleine ist, Leute, hat er sich eine mächtige Kreatur seint. Experiment 1006. Okay, das ist mit. Das finde ich gut. Boah, da ist jemand im Hintergrund. Er hat ihn getasert. Aber warum? Eigentlich hat er doch nie was gemacht. Also, der hat doch immer mit dem irgendwie so ein bisschen zusammengearbeitet. Der ist auf jeden Fall richtig im Ass jetzt. Das war's. Jetzt ist Experiment 1006 dead. Digga, was war denn das für ein Video? Junge, das. Dieser absolute Ultra-Boss wurde einfach gerade direkt gelegt. Ja gut, also ich sag mal so, ne? Also, Game Toons, bester Kanal. Gerade für sowas. Aber was ich ein bisschen schade finde auch, dass diese Animationen halt einfach auf Englisch sind. Nun gut. Leute, wir können jetzt uns natürlich noch ein bisschen weiter umsehen. Aber ich würde sagen, wir gehen entspannt in den Feuerwerkssimulator. Digga, wo ist denn der Feuerwerkssimulator? Hab ich den überhaupt? Oh, wenn ich den jetzt runterladen muss, Leute. Mein Internet ist halt wirklich nicht das Beste. Ah, wir haben's noch. Alles entspannt. Wir fangen mal langsam an zu bauen. Ich würde sagen, Digga, wir gehen auf ganz entspannt rein. Auf ganz entspannt. Feuerwerk ist kein Spielzeug. Versuche das niemals im echten Leben. Leute, ich sag euch, wie es ist. Aber das wird jetzt wild. So. Ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ein Vollbild haben. Sehr gut. Der FPS-Begrenzer ist wichtig. Der wird aber nachher, ist ja völlig egal. Dann machen wir mal die Gesamt-Cloud-Stärke. Machen wir mal gut, ey. So. Wo wollen wir das Feuerwerk starten lassen? Schreib mal eine Map rein. Der Nummer ist wirklich Geburtstag. Ja. Um 12 Uhr, Digga. Um 12 Uhr. 5. oder 6. vor einem Jahr. Hatt ich auch Geburtstag gehabt. Boah, der hat einfach einen Huggy-Wuggy, ne? Ja, safe, Alter. Geil, oder? Sollen wir das City nehmen? Okay, ihr wollt es hier. Machen wir. Ich werde jetzt mal basteln. Sehr dunkel. Wir müssen erst mal mit den Werkzeugen, also das Tag-Nacht-Werkzeug, müssen wir jetzt mal definitiv laufen lassen, damit wir bei Tag die ganze, das ganze Feuerwerk schön auf entspannt machen können. So. Das passt schon mal. Jetzt müssen wir dann mal weiterschauen, dass wir mit, äh, warte mal, wo haben wir denn die Böller? Wir müssen uns jetzt erstmal die Stadt ein bisschen reinziehen. Können wir hier so einen Flugmodus benutzen? Das wäre jetzt natürlich richtig sick. Hm, lass mich mal ganz kurz gucken. Hm, ich werde eine fette 27 in die Mitte reinpacken, oder? Da oben auf dem Roof wäre sogar noch geiler, Leute. Ich muss aber irgendwie aufs Roof kommen. Das ist jetzt die Frage, wie wir das am besten machen. Können Mods über den Workshop installieren? Auch geil. Okay, pass auf. Ich muss jetzt tatsächlich nach da oben kommen. Wir werden dann anfangen, hier zu bauen, würde ich mal sagen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Weg. Das wird jetzt auch schon noch gut lange dauern, aber nachher werden wir das Feuerwerk halt richtig reinzünden. Das wird sehr, sehr geil, denke ich. So. Wir brauchen auf jeden Fall eine Riesen-27. Okay, wir sind auf dem Dach. Ich gucke mal von hier oben. Eigentlich hat man von hier oben sogar eine richtig gute Aussicht, würde ich fast sagen. Wir können ja mal schauen. Da vorne. Da werden wir die 27 reinplatzieren. Und wir werden die ganze Stadt... Alle Tio. Herzlich willkommen in der Familie beim Messer. Dankeschön. Der Bus geht raus für den Zapp. Dann würde ich doch sagen, fangen wir mal hier an mit einer 27, die richtig krass zelebriert wird. Okay. So. Was nehmen wir da als erstes? Ich würde sagen, wir fangen entspannt mit ein paar chilligen Batterien an. Wir nehmen die 2022er Batterien. Obwohl, ich glaube, die fetzen 2022 gut rein. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht... Ich teste die mal, Leute. Ich teste die mal. Wir gucken mal. Okay, was passiert? Wir schauen uns das mal an. Ah, das finde ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Es ist also... Das ist schon in Ordnung. Gut, das haben wir jetzt auf jeden Fall gelöscht. Dann werden wir, denke ich mal, mehrere davon jetzt platzieren. Ich werde jetzt direkt mal eine 27 irgendwie basteln. Ich muss kurz überlegen. Ah, das ist ein bisschen blöd geworden hier. Aber das ist jetzt auch alles halb so wild. Warte mal. Der hier ist zu viel. So, dann machen wir nochmal 2021er. Obwohl, 2022 ist eigentlich schon ganz nice. Wir müssen das alles ja auch noch verbinden, Leute. Das wird richtig dauern. So. So. Ja, die 27 ist ein bisschen klein geworden. Muss ich tatsächlich mal kurz gucken. Ja, vielleicht die letzte Kiste können wir eigentlich theoretisch schon wegmachen. So. Okay. Und dann machen wir ein Plus noch dahin. Einfach, weil es halt noch passt. Ein Plus machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber halt eins, was nicht ganz so groß ist. Safe, Digger. So. Das können wir auf jeden Fall schon mal komplett connecten. Ich würde sagen, da werden wir auf jeden Fall, wir müssen das Verleitwerkzeug noch ein bisschen umstellen auf, ich würde sagen Medium vielleicht, ne? So. So, hier verbinden wir das Ganze direkt. Und hier oben machen wir direkt die Connection da gleich rüber. Von hier oben machen wir die Connection gleich da rüber. Ah, das war jetzt nicht so gut. So. Von hier oben direkt da runter. Und dann da lang. Von da aus dann hier lang. Und von da aus dann da lang. So, die 27 ist auf jeden Fall schon mal gemacht, Leute. Sehr gut. Wir müssen jetzt aber natürlich noch die ganzen Straßen eindecken. Und ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen fetten Haufen Böller in der Tankstelle, Digger. Das wird jetzt auf jeden Fall richtig wild. Leute, das wird, glaube ich, richtig geil. Oh, Junge, das Ding wird so hart explodieren. Ich muss einmal ganz kurz den Autoklicker gleich auspacken. Weil, Junge. Was ich mache, ich baue jetzt ein Feuerwerk zum Geburtstag. Mach so einen Ring um die 27. Wie stellst du dir das vor, Alpi? Digger, also mit einem Ring so? Soll ich einfach ein... Meinst du ein Viereck oder so? Könnte man natürlich nochmal machen. Mit Böllern oder Raketen oder so. Wir könnten Raketen natürlich nehmen, ne? Leute, die Tankstelle... Ach, warte mal. Kleinen Moment. Ich muss hier einmal ganz kurz was checken. Okay. On it. Gib mir einen kleinen Moment. Ich hab's gleich. Perfekt, Digga, den nehm ich. Ihr werdet sehen, warum ich das jetzt mach. Warum ich kurz einen Moment Pause mir genommen hab. Weil... Perfekt, Digga. So. Ready, Alter? Wisst ihr, was jetzt fetzt? Digga, das hier. Leute, aufentspannen. Werden wir jetzt die ganze Tankstelle mit Böllern vollstellen. Nice. So, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass das hier alles passt. Die Registrierkasse, das hier, das muss erstmal alles schön voll werden. Und wenn wir das Ganze, den ganzen Boden hier mit Böllern vollgesaut haben, dann können wir gleich anfangen, ein bisschen was heftigeres hier reinzupacken. Boah, Junge. Das leckt ja jetzt schon wie Scheiße, Mann. Kack mich an, ey. Komm schon, Bruder. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal in die... Boah. Der Propangastank. Boah, jetzt wird's krass, Leute. Digga, die Propangastanks, Mann. Das wird richtig fetzen. Digga, mach voll die Tankstelle, Alter. Mach voll. Ich mach alles voll, Digga. Boah, Junge, das Game leckt jetzt schon wie Sau, ne? Aber kein Problem. Das ist, glaube ich... Also, es wird nachher wahrscheinlich wieder geisteskrank, denke ich mal. Es wird nachher geisteskrank und ehrenlos, Leute. Das war aber auch schon klar, dass das heute wieder passiert. Ich muss da hinten definitiv noch alles voll kriegen. So. Okay. Erstmal chillen. Boah, scheiße. Ich komme nicht mehr raus. Doch. Leck das Game. Leck das Game. Es ist zu viel, Digga. Es ist zu viel. Es ist zu viel, Digga. Ich muss hier mal weg. Ich muss hier mal weg. Warum leckt denn das Game jetzt so krank? Oh, das muss ich jetzt irgendwie nochmal fixen, Leute. Ich mache dann mal auf High alles. Geht das jetzt besser? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Das Game ist jetzt halt auch so komisch verschwommen, ne? Kann man diesen Effekt schon mal zumindest rausnehmen? Motion Blur, glaube ich, ist das wahrscheinlich. Okay. Okay. Ich muss das Ding in die Luft sprengen, Leute. Habt ihr Bock? Wollt den kleinen Vorgeschmack? Wollt den Vorgeschmack, Leute? Soll ich in die Luft jagen? Weil das Game funktioniert sonst nicht mehr, ne? Ich muss es doch machen. Ihr wollt es doch. Ja, ihr wollt es doch. Ja, komm. Ich mach das. Also, wir verbinden einmal ganz kurz. Dann werdet ihr sehen, es leckt, Bruder. Ich weiß, dass es leckt. Ich weiß, ich weiß es doch. Jetzt einmal ganz kurz gucken. Ey, ihr wollt es sehen, ne? Okay. Wir werden die Tankstelle jetzt in die Luft sprengen. So, ich muss die... Ich muss nur wenigstens ein paar Böller verbinden. Der Rest passiert hier gleich von ganz alleine. Ich weiß, dass es leckt. Entspannt euch. So, Digga. Ich zünde an den Aal. Ich zünde an den Aal. Komm, let's go. Oh, scheiße! Ich hätte es nicht tun sollen, Digga. Ich hätte es nicht tun sollen. Digga, guck mal! Jo, das war's! Oh, 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 oh! No way, Mann! Guck mal! Digga, das Ding ist ja anders am durchzünden. Ich muss hier weg! Ey, scheiße! Das explodiert immer noch. Die ganze Kranse ist im Arsch. Digga! Ey, ich muss hier weg! Ich muss hier weg, Digga! Habt ihr das gesehen? Es war nur die Tankstelle, Digga. Es war nur die Tankstelle. Ich hab nur die Tankstelle voller Böller gemacht. Ey, crazy, Mann. Okay. Okay. Zu wild. Also zu wild, Digga. Also das war... Das war ja richtig krank, Mann. Wo kam das denn plötzlich her? Ich muss erst mal den Fernseher leisestellen. Also das war jetzt, äh, glaube ich... Okay, passt auf. Wir machen das anders. Wir gehen in ein anderes Level, was nicht ganz so groß ist. Und wir gehen in die Town, Digga. Wir gehen in die Town, Leute. Die ist ein bisschen kleiner, die ist ein bisschen entspannter. Da gibt es halt so eine Riesenkreuzung. Da kann man sehr, sehr geile Sachen machen. Wir werden die Town aber direkt auf Tag machen. So, wir lassen die Sonne mal hochkommen. So ist perfekt. Äh, hier fangen wir an. Und dieses Mal sind wir vorsichtig, Leute. Wir sind dieses Mal schon vorsichtig. Ich werde jetzt natürlich, äh, gucken, dass wir ungefähr das gleiche Format machen. Allerdings werden wir jetzt mal mit der, äh, mit dem Lady... Ja, ich weiß nicht. Wir brauchen schon irgendwas Cooles, ne? Ich mach ein paar rein, Digga. Ein paar. Okay? Erstmal nur ein paar. So. Wisst ihr was? Das Geile ist... Digga, das ist halt richtig wild. Zieht euch mal dis rein, ne? Kennt ihr eigentlich schon die Mega-Bombe? Wo ist denn die eigentlich? It's a secret. Tim. Aha. Wir haben... Wo ist Tim? Wo ist Tim? Ich weiß nicht, wo der ist. Tim ist diese Überriesen-Bombe. Ja, wenn die in die Luft fliegt, dann wird es halt nochmal richtig lecker. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal kurz gucken, wie ich den jetzt bekomme. Tim muss hier irgendwo sein. Wie viel Zeit hab ich noch? Eine Stunde. Ja, das schaffen wir locker, Leute. Aber es wird schon gut dauern. Wir wollen dieses Mal ein richtig geiles Feuerwerk machen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo... Es gibt einen legendärenen Mega-Böller. Der ist halt wirklich sehr, sehr krank. Ich muss nur gucken, wo der ist. Anscheinend ist der hier nicht. Dann neu starte ich das Game. Es kann sein, dass Tim jetzt da ist. Ich will euch den Böller mal zeigen. Ich guck kurz. Bis wir einmal reinschauen können. Ist der jetzt hier? Ne. Ich weiß halt nicht, wie kommen wir an Tim ran? Besonders. Aha. Digga, wir können Tims machen, Leute. Ich bin's, Tim. Okay, das wird... Oh, Junge. Das wird so krass, Mann. Das wird so krass. Jungs, Mädels, diese Explosion, Alter, die könnt ihr euch nicht vorstellen, Digga. Könnt ihr nicht. Das ist so ehrenlos, Alter. Wir werden auf so einem Gully, werden wir den Tim mal platzieren, Digga. Das ist der Böller. Der sieht unscheinbar aus. Das ist der heftigste Böller, den es gibt. Wir machen auf jedem Gully ein, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal durch die Stadt und verteilen erstmal ein paar Tims. So. Entspannt. Okay. Es wäre halt echt schlecht, wenn der nicht zündet, ne? Wir müssen ihn immer schön in der Luft lassen, weil diese Tims... Oh, hier ist noch ein Gully, Leute. Ah, die Straße hier wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich lit, ey. Also wortwörtlich. So, wir gehen mal hier rüber. Da ist eine Kirche, Leute. Also, ich sag mal so, ne? Kirche halte ich nicht viel von. Also, nicht viel, Digga. Bruder, wie komme ich jetzt hier raus? Warte kurz. Ich muss das einmal mit dem Löschwerkzeug... Perfekt. Wir haben die Kirche voller Tims gemacht. Ähm. Das könnte wirklich sehr krank werden. Das könnte wirklich sehr ehrenlos werden, Digga. Hahaha. Nein, ich bin kein Atheist. Ich bin kein Atheist, Leute. Aber ich halte von der Kirche nicht. So Konfirmationen und so dahingehen und Geld kriegen, dass man sich da irgendwelche Gebete anhört, obwohl man da keinen Bock drauf hat. Und dass man Kirchensteuer bezahlen muss. Das finde ich auch so ein Quatsch, Alter. Aber ja, dem erzähl ich das. Jeder hat seinen eigenen Glauben und das ist auch in Ordnung, ne? Aber Leute, ich sag euch, das hier wird auf jeden Fall richtig krass. So. Jetzt müssen wir die ganze Straße erstmal mit Raketen eindecken, Digga. Okay. Fear of the Dark. Das wird die Straße hier. Wir connecten das mal rein. Ihr merkt schon, ne? Jetzt geht's richtig los, Digga. Das wird professionell. So. Wir machen das hier bis zur Kreuzung und das gleiche machen wir jetzt hier auch. So. Dann haben wir hier schon mal überall Raketen gesetzt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da brauchen wir noch dementsprechend Batterien. Und ich würde sagen, wir nehmen uns die Blue Velvet. Ja. Doch. Komm. Ein bisschen hier so voll, ne? Machen wir ein bisschen hier so rein in der Straße. Hauptsache hier liegt irgendwie mal was. Okay. Ich werde hier jetzt einfach reinböllern, Digga. Damit wir ein bisschen, ne? Erstmal was ausfüllen. Damit wir auch ein gewisses Feuerwerk, so einen gewissen Standard kriegen. Digga. Diese ganzen Timps in der Kirche, Leute. Die... Oh Mann, ey. Das gibt doch wieder Ärger. So. Das Lähmer ist jetzt der nächste. Den fangen wir hier an. Okay. Da lassen wir den. Und ich würde sagen, den ziehen wir hier jetzt auch nochmal richtig gut rum. Ja, wir bauen hier langsam richtig was auf, Mann. Ich hab... Ich denke mal, das wird schon irgendwie was. Äh... Wir machen hier, denke ich, den Ox Wanna Go rein. Wir müssen das gleich alles noch miteinander verbinden, ne? Das ist euch klar, oder? Das wisst ihr, oder? Das wird noch richtig belastend alles. Boah. Wisst ihr, was wir mit der Tankstelle machen? Digga. Da hab ich auch schon... Wir werden da auch ein paar Tims reinböllern, Alter. Einfach machen, Digga. So. Das sieht gut aus. Ich muss jetzt aber aufpassen, dass hier nichts explodiert. Perfekt. Okay. Wir haben ja ordentlich Tims drin. Äh, meine Religion... Boah. Also... Ich glaub an Gott. Sagen wir mal so. Das war's aber auch wirklich. Böller. Rauchbomben. Boah, Rauchbomben wären auch cool. Die hab ich halt noch nie gehabt, so. Ich würde mal sagen, wisst ihr, was wir machen? Wir werden die Rauchbomben hier, um diese Tims, werden wir die Rauchbomben zünden. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Wir werden aber nur ein paar hier hinlegen, damit wir nachher den PC nicht komplett überlasten. Und ich werde die Rauchbomben immer switchen jetzt in der Farbe. Das ist eigentlich schon mal eine ganz coole Idee, so für die Tim hier. Für die Tim-Geschichten. Okay. Wir haben noch weiße Rauchbomben. Die gehen auf jeden Fall auch nochmal raus. Der liegt hier auf jeden Fall richtig kacke im Bulli. Der muss sich nochmal anheben. Sehr geil. Weiter geht's. Wir haben hier noch ein bisschen was. Boah ey. Das Feuerwerk wird zu wild. Das wäre zu wild. Gut. Ich muss jetzt mit Raketen auf jeden Fall nochmal die Straße erstmal saven. Wir müssen jetzt erstmal voll machen. Und ich würde den Trick-Billy jetzt hier für diese Area tatsächlich nehmen. Für diese Knotenpunkte in der Mitte müssen wir tatsächlich nochmal gucken, was wir da machen. Aber den Billy werden wir jetzt hier erstmal reinschrauben. Gut, das wird schon passen. Ich denke immer, das passt. Wenn wir den jetzt einmal komplett hier lang ziehen, müsste das eigentlich gehen. Wenn ihr Ideen habt, ne? Gerne raushauen. Setze ich die noch um. So, die Viper. Die werden wir uns jetzt auf jeden Fall auch nochmal ziehen. Die geht dann straight einfach mal hier rüber. Bis dort zur Kreuzung. Obwohl, wir könnten die Viper auch hier nochmal so dran machen. Lass das Auto einfach da. Das Auto interessiert uns jetzt praktisch nicht. So. Überall sind Raketen am Rand. Das wird nachher halt, was passiert hier? Digga, ich baue gerade ein richtig großes Geburtstagsfeuerwerk. Weil es um 12 Uhr dann soweit ist. So. Der Worldstopper, Leute. Der ist auf jeden Fall auch sehr big. Da müssen wir mal gucken. Also ich glaube, da lohnt es sich sogar, wenn wir die ganze Straße damit voll machen. Weil der knallt halt auch immer richtig rein. Da müssen wir halt nur schauen, dass wir die nicht zu hart in den Boden reinstampfen. So. Weiter, weiter, weiter. Digga, das ist zu krank. Ich liebe das, ne? Ich liebe das. Ich mache das auch so gerne. Feuerwerke bauen, wenn irgendwas Geiles ansteht, Mann. Immer geil. Auch das 200K-Special. Ich weiß gar nicht, wer es beim 200K-Special gemacht haben. Ich glaube sogar nicht. Voll traurig eigentlich. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein paar Smoke Bombs platzieren. Damit wir wissen, wo wird was gezündet. Hier die roten. Wir machen hier so Mini-Edition, ne? Bei denen jetzt halt, weil das keine Knotenpunkte sind. Und wir werden die ganzen Straßen natürlich auch noch mit komplett vielen Böllern rausschallern. Ich weiß auch gar nicht, wann wir schon immer mal so Feuerwerks-Simulatoren-Moves gemacht haben. Also ich weiß, beim letzten Geburtstag war das safe so. Und ich glaube auch bei den 100K war das so, als wir den 100K auf den Kanal geknackt haben. Da haben wir das auch gemacht. Digga, gefühlt die ganze Welt. Junge, ich sag dir ehrlich. Das hier wird noch, das wird hier noch richtig eskalieren, Digga. Allein die Kirche, auf die freue ich mich mega, Mann. Ich bin so gespannt, was da nachher in der Kirche passiert. Gerade weil da halt einfach auch so viele Tims chillen. Digga, guck dir die Kirche an. Die ist komplett zu. Wenn der Pastor sein Gebet heute Morgen sprechen will, Digga. Er sieht nur noch komplette Bomben drin. Das war's jetzt für ihn. Da ist jetzt Feierabend. So. Hier nehmen wir mal die, würde ich sagen. Wenn ihr beim Feuerwerk-Simulator auch mal Bock habt, kreativ zu sein. Also man kann da ja auch Maps speichern und so. Digga, dann gebt die mir gerne. Ich zocke die ultra gerne und würde eure Map safe vorführen, Mann. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, so. Einfach auf dem Disco Bescheid sagen, Bro, ich hab dir eine Feuerwerk-Simulator-Map gemacht. Ich schwöre es dir, du wirst die Credits seines Lebens kriegen. Weil ich fühle das anders. Hm, so. Wir müssen jetzt eventuell noch diese... Ja, wobei... Ja, doch. Ich würde sagen, wir machen das hier noch voll. Wir machen das hier auf jeden Fall noch dicht. Die Raketen kommen gleich. Aber erst mal mit den 2022ern. Dann werden wir gleich noch ein paar 2021er auspacken. Weil das war auch ein geiles Laden, Leute. 2021 wäre auch wieder zu wild. Wenn du bist so müde, ich tatsächlich, merke ich auch schon was. Dass ich leicht, äh... Ja. Bin ja seit heute Morgen um sieben wach, ne? Darf man nicht vergessen. So. 2021. Da geht's rein. Ah, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein paar Smoke Bombs setzen. Wir dürfen unsere Strategie hier nicht vernachlässigen. Ich weiß auch noch nicht, auf welches Gebäude ich mich gleich raufstelle. Und, äh, von wo ich das auch beobachte. Ich glaube aber, das ist eine ganz geile Idee. Wir sollten uns einen Turm bauen. Das werde ich direkt jetzt machen. Damit wir... Von hier oben... Ja, Mann. Ich werde uns einen Turm bauen, Leute. Wir gehen richtig schön hoch. Damit wir alles im Blick haben. Ja, das ist ein Pool. Nein! Ich bin runtergefallen. Okay, wir gucken mal. Das sieht so lustig aus, Mann. Das sieht so lustig aus. So. Ich werde auf jeden Fall einen guten Weg nehmen müssen. Das nützt nichts. Ich baue mir noch so einen kleinen Sicherheitsmechanismus ein, dass ich hier nicht so leicht runterfliege. Entspannt. Wir haben hier oben unsere Road, Digga. Mittendrin. Wir könnten aber auch, wenn wir wollen, könnten wir aber auch vielleicht nochmal hier rüberlaufen. Soll ich dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen organisieren? Dass wir uns nochmal so einen zweiten Spot einfach suchen. Und wenn wir gleich runtergehen, müssen wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Strecke zünden. So, ich denke mal, hier ist auch noch in Ordnung. Sehr gut. Das dürfte passen. Okay, Leute. Wir haben alles. Das wird geil, Digga. Von hier können wir die Feuerwerke so chillig beobachten. Okay. Jetzt müssen wir dran denken, dass wir ein paar Raketen... Ich würde sagen, wir fangen die ganz chilligen Raketen an. Wir nehmen, ähm... Kleinkram, Digga. Ja, Raketen sind halt besser so. Eigentlich wäre es nice, wenn wir das dann halt so machen. Ach, Scheiße, Alter. Ist schön wieder runtergefallen, ne? Der Rückweg ist halt immer richtig ranz. So, hier unten haben wir eine Rakete. Dann würde ich sagen, packen wir irgendwo hier oben noch mal eine hin. Wir fangen das Ding ganz langsam an. Ganz, ganz langsam. Wir müssen die Raketen miteinander verbinden und oben zünden wir das Ding dann quasi an. Deswegen machen wir das, Leute. Damit wir hier ganz entspannt machen können. So, jetzt fange ich an, die Dinger zu verbinden mit dem Verleitwerkzeug. Und da machen wir schön slow, Digga. Fangen das Ding ganz sachte an. Und das Ding geht dann da hin. Das Ding geht dann hier hin. Ich bin halt Feuerwerksprofi, Leute. Hashtag Feuerwerk in die Chatbox auch. Wenn ihr es auch so seht. Wer ist eigentlich bei jedem Feuerwerk bisher dabei gewesen? Das würde mich mal interessieren. So. Wir haben das alles miteinander verbunden. Das ist nur dafür da, dass wir das Feuerwerk nachher genießen können, ja? So. Jetzt haben wir hier den 2022er-Kasten. Da den 2021er. Da waren wir noch nicht fertig. Da müssen wir jetzt definitiv erstmal weitermachen. Okay. sehr gut. Äh, fraglich ist jetzt natürlich, wie verfahren wir hier in der Straße. Wir müssen hier auch wieder Raketen hinbauen. Ich würde sagen, wir nehmen die Amazing Granny jetzt einfach mal. Bauen die dann hier rum. Und die nehmen wir dann die ganze Straße mit. Wir müssen erstmal unser Grundkonstrukt fertig bauen. Und gleich so ein paar extra Sachen können wir immer noch mal einbauen. Vielleicht irgendwie noch mal Batterien, Böller und so. Ah, ist jetzt langsam schon nervig. Merke ich schon. Hier machen wir noch einen hin. da. Und dann geht's hier direkt weiter. Okay. Liegt ja alles schon mal so weit so gut. Das denkt man, das ist wenig, Leute. Ist es nicht, Mann. Das ist super viel. Mh, wir müssen den hier auf jeden Fall noch pflastern, den Weg. Und ich würde sagen, wir könnten mit so Bombenrohren richtig viel an der Tankstelle arbeiten. Indem wir, wenn wir jetzt mal von da oben gucken, wir könnten ein, so eine kleine Snake bauen, Digga. Das wäre richtig witzig. Den nehmen wir raus. Dann fangen wir an mit Paul Looten, Alter. Warum? Ah, wir können ihn noch so ein bisschen drehen. Das ist natürlich entspannt. Okay, dann nehmen wir den Paul Looten und drehen den einmal in die Richtung. Optimal. Ja, ich lass die da jetzt so stehen. Passt schon. So, dann nehmen wir noch Mr. Beast. Ich würde das so cool finden, Digga, wenn der Typ auch einfach mal von mir so eine Böller macht, ne? Ich zock das viel öfter als die, ey. Das ist ja dieses Dreckschwein. Leute, guckt euch die Tankstelle an. Die wird auch richtig was abkriegen. So, wir machen weiter. Ich würde sagen, Captain Sensible ist auf jeden Fall noch wichtig. Werden wir das ganze Ding jetzt mal Richtung Tankstelle verlegen. Ja, die nehmen wir hierfür. Hier machen wir nochmal richtig Action. so, zack. Zwei noch. Dann ist hier die Road langsam gebaut in Richtung Tankstelle. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal so einen kleinen Schwall von Rauchbomben dazwischen. Damit man weiß, Digga, hier geht's gleich los. Das sind eigentlich immer so diese Warnsignale, es wird gefährlich. Bin auch sehr gespannt, wie das Feuerwerk heute eskalieren wird. Boah, das wird, das wird sehr, 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 sehr krass. 39 Minuten noch. Wir sind gut in der Zeit. Ich hab mir schon gedacht, dass wir so früh anfangen müssen. So, was haben wir noch? Den Oxblaster. Den werden wir uns auf jeden Fall für die Straße hier nochmal ziehen. Ich gucke jetzt einmal, mache einmal einen Straßencheck. Also hier sind überall Raketen. Links sind überall Raketen. Hier brauchen wir keine. Da haben wir was Spezielles vor. Da sind überall Raketen. Hier auf jeden Fall auch schon. Und wie sieht's hier aus? Ja, die sind hier auch schon überall. So, Raketen haben wir auf jeder Straße abgeliefert. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal mit Batterien auf jeden Fall voll machen. Hagi ist eingeschlafen. Digga, Hagi, aufwachen! Digga, Hagi, aufwachen! Boah, scheiße, Bruder! Scheiße, raus aus meinem Gesicht! Nein, er ist wieder wach, Leute. Guck mal. Hagi wieder wach. Sein Kopf, der geht immer so nach... Willst du mich essen oder was, Bruder? Hagi ist eingeschlafen. Jetzt ist er weg. Junge, guck. Er schaut, er schaut richtig verrückt zum Feuerwerk. Ich werde damit jetzt auch meine Poppy Playtime-Videos machen, Leute. Ich finde sowas mega cool. so. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich was reingelegt. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal hier weiter. Wir fangen an mit Harry ab, Digga. Ja, also hurry, hurry, mein Bester. Hurry mit Curry. Die Pakete sind irgendwie voll kacke. Also irgendwie fühle ich die noch nicht so. Du wirst auf jeden Fall auch noch die ganzen Sachen verbinden. Nee, das dürfen wir bloß nicht vergessen. Und das muss auch alles ein gutes System auf jeden Fall bekommen. Okay. Hier könnte man nochmal einen Timmy starten. Smokebombs reinlegen. Da haben wir gleich rot. Hagi, so. Lass mich doch in Ruhe schlafen. Ich habe heute schon wieder Menschen gegessen. Ey, Hagi. Digga, das kratzt. Digga, das kratzt. So, der Messenger ist eigentlich auch noch recht groß. Da können wir nochmal schauen. Da drüben haben wir definitiv noch nichts gemacht. Da müssen wir safe nochmal rüber. Ich werde das Feuerwerk so gut verfeinern, wie ich kann. Also ich versuche so detailreich zu machen, wie es geht. So, was machen wir hier rein? Ich würde mal sagen, Alter, hier gibt es nochmal eine Runde Timmys. Leute, da machen wir eine 27 aus dem Tim, oder? Wir haben einen sehr geilen Spot von hier aus. Ich würde sagen, das machen wir so. Ich muss mal ganz kurz gucken. das ist eine 2. die 27 ist straight geworden. Und dann machen wir nochmal ein entspanntes Plus draus. Sehr gut. Ah, das sieht irgendwie noch nicht so fresh aus. Ich denke, wir lassen es einfach. Warte, ich habe noch eine coole Idee. Okay, wir gucken uns das jetzt erstmal von oben alles an. Es wird ja später auch ein bisschen dunkler. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ja, okay. Das ist eine Kackwurst, Leute. Der ist echt schon so alt. Ah, Bruder, was soll ich sagen, ey. Ich will auch nicht drüber reden jetzt so, ne. Also 27 ist schon schlimm, aber es gibt Menschen, die sind älter als ich. So, wir gucken von oben. Das wäre jetzt mein 27er-Sein. Wir können den Laden hier auf jeden Fall nochmal Pool machen. Ich würde sagen, den kann man definitiv nochmal vollstopfen. Da hinten ist noch ein Pool. Den kann man nochmal voll machen. Hier ist auch noch ein Pool. Da kann man auch nochmal was reinmachen. Was sollen wir in die Pools reinmachen, Leute? Ich gucke nochmal hier rüber. Eigentlich haben wir auf den Straßen überall gut was verteilt. Das ist echt gar nicht mal schlecht. Jagt das Auto weg? Digga, ich hätte noch eine geilere Idee. Bro, ich hätte noch eine geilere Idee. Warte. Digga, eine richtig gute Idee. Pass auf. Physikwerkzeug. Vorsicht. Oh, Vorsicht. Wir machen den LKW auf. Digga, der LKW wird voll beladen mit Doom-Böllern. So, da muss ich jetzt auf jeden Fall meinen Autoklinger mal wieder auspacken. Leute, ich habe eine Lieferung mit Böllern. Man kennt ihn. Digga, das wird jetzt schon wieder richtig lost. So, ich passe schon mal auf. Oh Gott. Oh Gott! Oh, Alter! So. Okay, jetzt muss ich irgendwie mit dem Physikwerkzeug gucken, dass ich die verdammte Tür zumache. Digga, das bleibt nicht so, oder? Das bleibt nicht so, oder? Oh, Scheiße! Böller fallen alle raus. Okay, warte mal. Ich nehme den mit zur Tankstelle. Ah, das Game ist krass am Leggen, Alter. Guckt es euch an, wie viele Böller da rausgefallen sind. Ich hoffe, das Game kommt klar. Ja, aktuell ist alles cool. Okay, die Böller, die... Ja, das ist halt so, ne? Oh Gott. Ich muss das Ding nochmal ordentlich hier rüberschleppen. Wir haben hier zwei so einen Laster. Dann werde ich auch gleich mal beide in die Luft jagen. Ey, Mann, du bleibst mal schön da vorne. Und du, Digga, du kommst jetzt auch mal schön mit hierher. Perfekt, Alter. Sehr geil. Ah, das gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist nachher schlecht im Blicklicht. Aber, erst werden die, die, erst werden die LKWs zerstört. So, okay. Äh, dann machen wir die mal voll. Mit, ich würde sagen, Digga, wir machen da mal ein Kockenrolle rein. Die eine Ladung, die hier. Was ist das denn? So. Und dann auch mal eine Runde Doom Boom. Mal ein bisschen drüberlegen, so. Reicht auch. Und dann machen wir, wir machen dann noch irgendwas Großes da rein. Ja, ein paar Kisten, Alter. Das kannst du halt echt machen. So. Der andere LKW, der kriegt von mir direkt mal hier so ein paar Kisten. In den Kisten wird der definitiv auch noch mal einen Tim reinbekommen, Leute. Der LKW kassiert einen Tim. Digga, das wird so ein Lost, Alter. Das wird so Lost, Digga. Nice. Okay. Gut. Da muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass wir den ganzen Lachs ein bisschen auch scheiße, Leute. Vorsichtig. Ja. Vorsichtig mit den Türen. Sieht gut aus bisher. Wir haben hier natürlich ein bisschen durcheinander. Aber ich würde sagen, wie spät haben wir es? Ich verbinde jetzt erstmal. Erstmal verbinden. Verleitwerkzeug. Und wir werden jetzt ab der Geschichte hier das ganze Ding ein wenig Ich kriege Juckreiz von dem Teil. Ehrlich. No joke. Da stimmt doch was nicht. Agi, hast du Flöhe, Mann? Bruder. Sieht der gar nicht ein, Digga. Sieht der gar nicht ein. Erdbeeren, Beste. So, wo fangen wir an? Die Kirche ist auf jeden Fall unser Banger, Leute. Wir leiten das Ganze mal hier ein. Boah, das Verbinden wird jetzt auch nochmal richtig lange dauern. von hier aus droppen wir in den Slow-Mode rein. Digga, das Game wird schon danach direkt explodieren, Alter. Das wird so explodieren, das Spiel. Ach du Scheiße, ist das krank. So. Die 27 steht. Die 27 steht safe schon mal. Hä? Aber was ist mit den Kabeln los? Ich check gar nichts mehr. Ach, weil die so dick in der, ja, weil die so dick im Boden drin sind, verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn. Okay. Dann weiter im Kontext. Wir gehen weiter mit den Raketen. Die Raketen muss man halt alle einzeln connecten. Das ist ein bisschen blöd. Hier in der Mitte können wir nachher einfach ein bisschen was aussparen. Da kann man so ganz entspannt machen. Ah so, ich kann auch einfach gedrückt halten, Leute. Perfekt. Moin Denno, was geht ab, Leute? Ein wunderschönen. Wir ziehen gerade durch, Alter. Wir ziehen gerade richtig durch. Es wird wieder ganz anders. was. So. Wir machen wieder ein ganz wildes Feuerwerk. Wir kümmern uns erstmal nur darum, dass die Straße beziehungsweise die ganzen Raketen gut verbunden sind. Alles andere ist nachher nicht so schlimm, weil alles wird sowieso gezündet werden. Aber die Raketen, die zünden sich halt meistens nicht von selber beziehungsweise immer erst sehr spät und manchmal kann es dann halt sein, dass die Raketen so ein bisschen da hängenbleiben. Das ist halt echt super nervig. Deswegen bin ich da halt sehr gewissenhaft, dass wir alle Raketen einmal abgefarmt haben. Und wir müssen auch gleich gucken, also das Ganze mit ein bisschen mehr System bauen, dass wenn zum Beispiel jetzt da hinten, wo wir, warte mal, ich zeig's euch, da an der Kreuzung, da müssen wir es so bauen, dass zwei Schleusen, also dass zwei Raketen gleichzeitig gehen. Das heißt, die leitet das hier rüber und muss das aber auch darüber leiten, dass beide Wege quasi zeitgleich laufen, man könnte es natürlich auch Stück für Stück machen, aber ja, was soll ich sagen, müssen wir tatsächlich nachher mal sehen, ob das dann auch so wird, wie wir uns das vorstellen, weil der WM ja einfach so viele vergehen über da drin. Das ist krank. Leute, ich habe Fanpost bekommen, soll ich die eigentlich vor dem Geburtstag aufmachen oder soll ich erst später machen? Später ist halt schlecht, so. Kann ich vom Ding an natürlich noch mal machen. So. Ah, danach, ne? Ja, macht schon Sinn. Ja, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht, ich will meine Geschenke zu früh. Leute, wer kann auch immer nicht auf seine Geschenke warten? Einzelchat. Sag, wie es ist, ne? Dominik, Junge, du hast deine Geschenke ja immer direkt. Aber direkt, Bruder. Gefühlt mal an Weihnachten ist, ist gerade erst, Dinger, und du hast deine ganzen Geschenke schon alle bekommen. Kenn dich doch, Bro. Du hast mir noch keinen vormachen. Hier haben wir so ein kleines Böller-Problem, ne? Wisst ihr, was ich mache? Ich werde mal ein paar Böller auf jeden Fall entfernen. Damit das Game ein bisschen leckfreier wird. Das ist, glaube ich, auch einfach vernünftiger. Boah, wir müssen die ganze Scheiße noch connecten, ey. Das wird so krass. Verleitwerkzeug. So, Dinger, wisst ihr eigentlich, wisst ihr eigentlich, wie das ist, als YouTuber, wenn der Geburtstag hat, ne? Und die Leute wissen das. Ich feiere meinen Geburtstag ja sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich Geburtstag habe. Ich will immer keine Geschenke haben, Leute. Ich will einfach, dass die Leute an mich denken. Digga, ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist. Digga, wenn man YouTuber ist, der Geburtstag hat, wenn man dann die Community am ausrasten ist. Digga, du kannst locker mit 10.000 Nachrichten am Tag rechnen, wenn du Geburtstag hast. Das ist mein voller Ernst. Locker 10. Wenn nicht sogar 50.000. Digga, das ist doch geisteskrank, oder was? Glaubt ihr, das ist easy? Glaubt ihr, das ist easy, Leute? Ich bin mir nicht sicher, Digga. Also, wer das glaubt, der hat, der hat, glaube ich, die Kontrolle verloren. So. Weiter geht's. Also, ich kann auch nicht alle Nachrichten beantworten. Mittlerweile geht das nicht mehr. Damals hatte ich noch so, keine Ahnung, wann hatte ich meinen ersten Geburtstag? 2020. Ja, gut. Da waren nicht so viele dabei, aber, ja, da hatte ich auch schon mal so 50 bis 100 Nachrichten. Na, da sag ich so, okay, das kann ich halt immer einen Tag ganz locker abarbeiten, aber, ey, meine Community Nummer alleine auf der. Digga, die Leute da mitkriegen das Geburtstag haben, Digga, die glüht. Die Nummer, die glüht. Viele sagen halt auch immer so, ja, warum schreibst du da nicht zurück? Bro, ich hab da 4000 Chats, Digga. 4000 Chats. Überleg mal. Digga, 4000. Hast du mal 4000 Chats gehabt? Stell dir mal vor, wir schreiben, 4000 Menschen, einmal nur Hi. Stell dir vor, du müsstest 4000 Mal auf Hi antworten. Wie nervig das ist. Das checken halt voll viele nicht. Das ist richtig ätzend. Ich mag halt lieber so Gespräche, wo jemand direkt fragt, yo, Denno, bringst du mal wieder das und das Video, Digga? Dann kann ich da halt so sagen, ja, man, safe oder nein, auf keinsten. Aber wenn immer, wenn so 200 Leute sagen, wie geht's? Junge, da sagst du, da sagst du ungern 200 Mal so, ja, mir geht's gut, so, weißt du, wie ich mein? Mega crazy. So, sieht's aus, wir beschleunigen das Ganze mal. Die Raketen haben wir fast alle verbunden. Ich weiß gar nicht mit welcher Reihenfolge, aber wir können gleich gucken, dass wir das hier schon mal alles kreuz und quer gut mogeln und dann werden wir es gleich ein bisschen abends stellen. Das werde ich jetzt auch direkt gleich machen. Dann werden wir den ganzen Feuerwerks-Simulator nämlich ein bisschen anders. Das wird noch geiler, Leute. Ich bin ja schon ein Profi in Feuerwerke aufbauen. Wir haben hier gleich unsere kritische Danger Zone, weil die ist wirklich sehr, sehr wild. Gerade der Tankstellenbereich und so, Mann, das wird auf jeden Fall sehr big. Hier habe ich auch schon extrem Bock. Wir werden so mit den Böllern hier auf ganz geschmeidig anfangen und das Ding wird durch das Ding ausgelöst und dann geht's halt fast auf fast. So. Fangen wir hier mit Paluten an, mit Paluten-Böllern. Also PC wird safe sterben. Wer glaubt, dass mein PC durchbrennt? Von euch? Wer glaubt es? So. Und wenn wir hier sind, dann gibt's erstmal einen... Wir werden dann auf Slow umstellen. Hier gehen wir dann Slow rüber, damit wir Zeit haben. Ah, Smokebombs gehen erstmal los. Ich werde das hier extra kreuz und quer machen, damit das auch gut lange dauert. Weil wir wollen halt die Tankstelle erst ein bisschen später sprengen. Wir wollen erstmal sehen, wie die LKWs in die Luft fliegen. Deswegen probiere ich halt dann so darüber zu gehen. Und dann kann man die Tims hier erstmal zünden. So, die Tims sind auf jeden Fall schon am Start. Und von hier aus, würde ich sagen, machen wir dann einen schnellen Move da rüber. Ah, das reicht schon. Und von hier einen Instant Move gleich hier rüber und da hin. Ja, dann knallt's hier sowieso schon richtig, Mann. Die ganzen Böller nebenher. Ah, Rip und Dennis Gaming Computer. Also der könnte durchaus kaputt gehen. So, ich muss jetzt einmal kurz schauen. Wir haben alles verdrahtet. Also raketentechnisch. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann werde ich jetzt einfach mal hier mitten in die Menge reingrinden. Auf schnell. Leute, alleine das wird so doll, Mann. Das wird so doll. Oh, mein PC hat danach gar keinen Bock mehr, Digga. Gar keinen Bock mehr. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Smoke Bombs abgehen. Wie doll die qualmen und so, ne? Das wird sehr, sehr interessant. So. Wir gehen von hier aus einfach mal dann in die Smoke Bombs rein. Wir bleiben auch erstmal schön auf rot. Wie viele haben wir noch? 18 Minuten, Leute. Alles entspannt. Das schaffen wir locker. Ich kann ja wahrscheinlich gleich sogar noch ein paar, also so ein bisschen Feintuning machen, schätze ich mal. Weil das wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, denke ich. So. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Ihr wisst gar nicht, wie hart das gleich wackeln wird auch. Ach, Leute. Wir haben Samstag. Viele haben halt ein bisschen was zu tun. Und ich kann halt auch nicht immer voraussetzen, dass die Leute an meinem Gebäudstag am Start sind. Ich finde das nicht schlimm. Oh, wir müssen einmal ganz kurz überlegen. Wenn wir hier sind, kommen wir wieder zurück dahin, genau. Also, um das nochmal vorzuführen. An meinem Gebäudstag kann halt auch nicht jeder dabei sein. Auch zum Beispiel meine Geschwister oder so. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die morgen sehen werde. Aber das ist halt im Leben so, ne? Und ich finde das auch nicht schlimm. Aber wenn die Leute an mich denken und so. Und Florian, Digga, der wird safe. Der ist safe da. Und, ja gut. Was den Christian Häusler anbelangt, Leute. Da glaube ich nicht mehr, dass der so schnell wiederkommt. Ich glaube, Christian ist erstmal raus aus der Community. Da gab es privat ein wenig Disput mit ihm. Und deswegen denke ich, dass der nicht mehr so schnell, so oft wieder am Start ist. Kann ich mir zumindest nicht gut vorstellen. Das ist halt leider so. Nein, das stört mir nicht. Echt nicht. Ich zocke halt und streame. Und ich mache das halt sehr gerne. Und ich streame nicht, weil ich irgendwelche Leute oder so meinen Stream erwarte. Deswegen also. Ist cool. Ich mache morgen zum Beispiel richtig chilliges Bowling so. Da haben wir uns dann zwei Bahnen reserviert und sowas. Da wird morgen erstmal entspannt geballert. Und wenn ich eine Geburtstags- beziehungsweise Einweihungsfeier für meine Butze mache. Jetzt Ende des Monats. Und da kommen keine Leute. Das stört mich. Das stört mich. Da muss ich dann auch sagen, das ist was, das fangt mich dann richtig ab. Na, wenn ich dann so eine fette Party organisiere und so und da sagen halt übelst viele Leute ab. Sowas finde ich dann immer, ist nicht so geil. Aber im Livestream, Leute, und was YouTube anbelangt, nein, alles cool. Die Leute haben ja auch manchmal selber richtig krassen Scheiß zu tun. Oder stell dir vor, der Opa hat heute Geburtstag oder Vater. Weißt du, wie ich meine? Da wäre ich halt lieber da, anstatt bei irgendeinem YouTuber zu chillen im Stream. Also, jetzt vom Ding her. Na, ist natürlich klar. Dein PC tut mir voll leid. Ja, Mann. Also es ist gut, dass du schon mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist gut, dass du ein bisschen Mitleid mit dem Computer hast, weil ich glaube, du bist auch aktuell die Einzige. Der PC wird jetzt richtig arbeiten gleich. Ich hoffe, das ist dem auch klar. So. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal raus. Wir haben gleich alles wirklich connected. Boah. Gut. Das ist immer viel Arbeit hier, ne? Das geht schon. Das wird gleich richtig knallen. Das fängt ganz entspannt an. Man denkt so, oh, alles cool. Digga, und dann schallert es hier nur noch. Und dann wird es so hart lecken, dass man nichts mehr sieht. Es wird nichts mehr gehen. Da bin ich mir sehr sicher, dass das so sein wird. So. Wir müssen die auf jeden Fall noch mal verknoten. Ah. Mein Papa hat auch morgen Geburtstag. Ehrenmann. Ja, das finde ich cool. Dass der auch dann Geburtstag hat, weißt du? Deswegen, das ist auch wichtig, dann für diese Menschen eher dazu da als dann für einen YouTuber oder so. Finde ich. Aber ich freue mich, dass ihr alle da seid. Freue ich mich. so. Äh, LP, Digga, mach mal ne geile Story Fertig auf Instagram, von wegen Feuerwerkssimulator läuft, kommt in meinen Stream Damit ich die gleich posten kann Das wär richtig nice, wenn du das nochmal simultan machen könntest Und mir die Story einfach mal rüberschickst Oder so, oder das, äh, das Video Oder sowas Ähm, dann kann ich das nämlich einfach Posten und direkt, äh, reinloaden, Digga Weißt, wie ich mein Ich hab jetzt nämlich noch ein bisschen Damit zu tun, das Feuerwerk zu verfeinern Und ich will gerne nochmal auf Instagram ne Story machen So, dass die Leute schon mal wissen, oh, da gibt's wieder Feuerwerkssimulator, das wird ja ganz wild Hm Wobei, den kann man Eigentlich mal löschen So, der ist eigentlich richtig scheiße, Leute Oh, na, da geht's Jetzt einfach hier nochmal gut hin und her Ich brauch nach dem Livestream Neuen PC, Leute, ey, da müssen ich Donus heute aber doch nochmal schallern Weil wenn ich einen neuen PC brauche, dann bin ich nicht drauf vorbereitet Finanziell, Digga Das sag ich ehrlich Aber ist nicht so schlimm Scheiß drauf Leute, da bin ich halt mal ein paar Tage nicht am Start Da kann ich euch wenigstens auf den Sack gehen So, zack, zack, zack Passt Wir haben alles soweit verkabelt Ich mach jetzt nochmal Straßencheck Jetzt muss aber Gas geben Ja, bin doch schon dabei Ja, das entspannt Nico, Caro, was geht Guck mal rein Was jetzt hier so läuft Das passt alles Oh, warte mal Hier ist ganz schön leer, Digga Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachhelfen Sam's going wild, Alter, geil Guck mal hier, da können wir definitiv nochmal ein bisschen was machen Die Straße da hinten ist mir auch ein bisschen zu leer, muss ich ehrlich gestehen Das finde ich auch richtig sad, Mann So, das Verleitwerkzeug von hier aus Kleinkram Bombenröhre, Fontänen, Gegenstände Ein paar Propangas-Tanks schaden eigentlich nie, ne? Ich geh mal durch die Gegend So Okay, die ganze Straße des Propangas-Tanks gepflastert Perfekt Äh Boah, wie machen wir Ah, scheiße Müssen wir Böller zwischenlegen Ähm Hm Nehmen wir mal ein paar Mail-Toast oder so Ich pack die einfach mal Ach komm Wir machen genau den gleichen Aal, was wir eben auch gemacht haben Packen hier die Böller einfach dazwischen Ich hoffe mal, dass die genügend Wumms haben Das kann halt sein, dass die es tatsächlich nicht haben Ich geh auf Nummer sicher Und leg noch mal eine kurze Spur von Doom Boom Nicht, dass das hier sonst nichts mehr werden Denn du mach das mal in Real Life Ey, ich will demnächst Cooking Simulator Streams in Real Life machen, Digga Ich sag dir, wie es ist, ne? So Sehr nice Jetzt müssen wir das Ganze nochmal verkabeln Also die, das ist die Straße der Explosion Nur so, dass ihr es wisst Das ist die Straße der Explosion Wenn ihr fragt so, ey, wo wohnst du? In der Straße der Explosion Auf jeden Hier ist die Mauer von Julian Ach, Elena, Hallöchen Ja Ah, Julian, richtig niedlicher Junge Ich find das immer so cool Wegen Kinderherzen Höher schlagen Weil ich dir eine Autogrammkarte zuschick Leute, by the way, guck mal Ich will euch was erzählen Ich hab einen richtig fetten Stapel Voll mit fetten Autogrammkarten, Digga Falls ihr noch eine kassieren wollt Ja, dann schreibt mich einfach auf Instagram an Oder eure Eltern Wenn ihr noch unter 16 seid Ist es wichtig, dass eure Eltern auch mal dann sagen So, das ist in Ordnung Oder eure Eltern mir direkt schreiben Digga, das sind die letzten Aus der Version Dann ist die weg Danach gibt's keine mehr Ich schätze, das sind vielleicht noch 100 Also, falls ihr eine haben wollt Momentan schreibe ich sehr viele Autogrammkarten Und auch beim Umzug, Digga Haben mich zwei Kids wiedererkannt Auch richtig witzig Und dann hab ich dann für Mutti auch Zwei Autogrammkarten fertig gemacht Ich hab schon eine Autogrammkarte Julian, du bist auch, Digga Ein richtiger Ehrenmann Du hast dir direkt Fanartikel von mir gekauft Hast mir ein Foto von deinem Pullover und so geschickt Ich sag dir auch, Julian Nur noch Wenn du bei der nächsten Kollektion am Start bist, Digga Also ich wieder halt ein paar Sachen raushaue Sonnenbrille oder so Und dann kriegst du auch was von mir auf meinen Namen Ich find, so langjährigen Support, Digga, schätze ich immer Die Leute, die öfter an meinen Streams dabei sind und so Die kriegen von mir immer wieder was zurück So läuft das nämlich Hagi muss dabei sein Warum mir ein berühmter YouTuber Das PC explodiert Der YouTuber wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus Digga, auch nicht den jetzt Machen wir jetzt nicht den, Digga So Wie sieht's denn aktuell aus? Ich mach jetzt mal ganz kurz was fertig Wir werden die Uhrzeit jetzt einmal Schon mal Entsprechend in die Abendstunden verlegen Na Aber besser ja Das ist alles mit viel Oh Leute Ich hab die Kirche vergessen Die Kirche ist ja noch wichtig Die muss ja definitiv in die Luft fliegen Also das ist ja das Allerwichtigste von Wichtigsten Scheiße Das hab ich total vergessen Junge, rein damit Digga Hier drin ist aber Feierabend dann So Und ich glaube, ich hab die Tankstelle Die hab ich auf jeden Fall schon gemacht Vom Dinger ist dann ja eigentlich alles erledigt So 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 Der Feuerwerk-Simulator ist wieder ready, Leute. Let's go. Okay. Wir gucken nochmal, ob drinnen alles gesichert ist. Hier ist alles safe. Puh. Ich würde mit dem Physik-Werkzeug tatsächlich nochmal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal schnell irgendwie... Wir können hier auch nochmal ein paar Timmys reinböllern. Ja, komm. Was kostet die Welt, Digga? Was kostet die Welt? Für Leitwerkzeug von hier aus direkt zu Timmys. Ja, perfekt. Puh. Wir haben noch fünf Minuten. Ich werde jetzt erstmal nach oben gehen. Prüfe das jetzt nochmal. Und da setzen wir uns richtig entspannt hin, machen gute Musik an und dann wird es... Äh, wird rein und da sind. Ach ja. So. Ey, das sieht wild aus, oder? Leute, eins sind Chat-Dinger, wenn das wieder ganz wild aussieht. Die ganze Stadt ist mal wieder richtig full. So. Wir werden das Tag-und-Nacht-Spielzeug natürlich jetzt nochmal ein bisschen umswitchen und jetzt haben wir komplette Nacht und jetzt wird es richtig nice. Ich muss nur noch einmal was anzünden. Dinger, und dann rennt das Ding von alleine. Hier ist mein Feuerzeug. Also, Leute. Wir können uns chillig zurücklehnen. Dinger, stell dir vor, das Spiel stürzt jetzt ab, ne? Joho. Ey, denn wäre richtig Feierabend, Mann. Das wird so heftig. Siehst du? Florian ist da. Vanessa ist auch da. Ich habe hier auch noch ein paar Geschenke liegen, Leute. Guckt mal. Die mache ich definitiv gleich auf. Ich bin noch sehr gespannt. Hier ist auch ein Brief drin, den lese ich auch vor. Äh. Das wird gleich sehr, sehr geil. So. Ich muss nebenbei noch mal ein paar Erdbeeren snacken. Aufschädig. Seid ihr ready für ein weiteres Jahr mit Denno am Stiesel? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt. Ich hoffe, ihr wisst es. Ich hoffe, ihr wisst es. Ganz ehrlich. Du hast die Pools vergessen. Ich hoffe, ihr wisst es. Junge, ich habe die Pools vergessen. Ich habe die Pools vergessen, Mann. Scheiße. Wie sieht es aus? Ich habe nicht mehr viel Zeit, Digga. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich sehe es schon. Jedes Mal stresse ich die Kacke. Jedes Mal stresse ich. Ich muss hier rüber. Wir müssen auch noch hochklettern. Zwei Minuten Zeit noch. Ich hoffe, ihr wisst es. Ich habucht, ihr wisst es. seu Liegel. Ich habucht, er Levi Mama's in der Frage, das wide sind aus. Desde drei Minuten Zeit nochmals. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, die Pools sind da. Ich muss gleich noch die Musik wechseln, Digga. Ich muss gleich noch die Musik wechseln. Ah, Leute, ey. Digga, ihr macht mich schon wieder nervös. Es kotzt mich an. Scheiße, bitte lass nichts schiefgehen, Digga. Bitte lass nichts schiefgehen. Ich hab alles gegeben. Oh, Digga. Ganz wilde Wave, ganz wilde Wave. Ich bin ready. Okay. Die letzten Sekunden brechen an. Jetzt hören wir den OG-Track. Seid ihr bereit für das allerheftigste Feuerwerk, das ihr je gesehen habt, Mann? Junge, das wird hier so eskalieren, Digga. Das wird so eskalieren. Es wird richtig eskalieren. Hoffentlich kackt das Game nicht ab. Das wäre mies. Oh, Digga. Das Game wird safe abkacken. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Wer lasst das Ding jetzt rollen? Ganz langsam. Die grünen Lichter, Leute. Guckt euch die grünen Lichter an. Digga, es ist 0 Uhr. Dankeschön. Freunde, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Danke. Ey, mach mal hin, Feuerwerk. Freunde. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ja, jetzt geht es dir da richtig ab, Mann. Ich weiß, ich weiß. Ey, wild. Feuerwerk, wir wollen was sehen. Leute, das wird gleich ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Zieht's euch rein, Digga. Ich krieg schon, ich krieg... Oh, Leute. Soll ich euch das wünschen? Ich hab mir was gewünscht. Digga, der Mini-Muffin. Bruder, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Leute, guckt euch das mal an. Okay, also, ich hab jetzt ne Krone auf, okay? Leute, ich bin jetzt eure Prinzessin. Vielen, vielen Dank. Danke für die Glückwünsche. Vielen Dank. Warte. Ich hab's. Digga, es läuft. Digga, das Feuerwerk ist ja ultra langsam. Perfekt. Okay, also, Prinzessin Denno ist am Start. Ich bin da. Ich bin da. Wir gucken jetzt. Was ist mit dem Feuerzeug... Mach mal das Feuerwerk jetzt, hallo? Was ist denn das da unten? Ey, das ist das langsamste Feuerwerk der Welt. Junge, das dauert ja ewig, Digga. Wenn die grüne Linie vorbei ist, Leute, dann eskaliert's. Ab jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Oh. Digga, warum ist das so langsam? Warum ist das so langsam? Jetzt wird's, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Alles klar, Mann. Mein Computer geht so was von RIP, Digga. Oh. Digga, die Kisten. Scheiße. Entdeckung. Fuck. Oh Gott. Gott im Himmel. Ey, Leute, vielen, vielen Dank. Aber das Feuerwerk wird jetzt locker fünf Minuten gehen. J.K., vielen, vielen Dank für 50 Euro. Dankeschön. Alles... Digga. J.K., vielen, vielen Dank. Mein PC. Mein PC. Oh mein Gott, Digga. Dankeschön, vielen, vielen Dank, Chat. Ich freu mich sehr. Danke, 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 danke. Ich probier mal ein Rappen. Ich bin, vielen Dank. Ich bin, vielen Dank. Ich bin, vielen Dank. Steak out! Maggi, was sagst du zu dem Feuerwerk? Ey, Bro! Alter, es geht noch weiter, es geht noch weiter! Leute, verrückt, ne? Ja, das ist einfach zu krass. Ich bewege mich, aber hier geht gar nichts mehr, Digga. Es ist wie eine Silvesternacht, Mann! Jacqueline! Dankeschön für 5 Euro! Vielen Dank! Leute, keine Tonus, bitte! Alles entspannt! Happy Birthday, alter Sack! Feier deinen Tag ausgiebig! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Mach ich, Jack! Ich bin versprochen! Brauchen, JK! JK, danke, danke, danke! Für 50 Euro! Verrückter Hund! Junge, was geht denn jetzt schon wieder ab? Mega krank! Ich glaube gerne auf Instagram, Mensch! Holt euch noch ein Abo, die Brandkarte ab! Eine von den letzten... Weil die Kamera macht das nicht mehr lange nicht! Ich glaube, das ist zu geil, Mann! Das ist zu geil, Mann! Das ist zu geil! Das ist zu geil! Oh mein Gott, der hat den Krieg angefangen! Nein, Mann! Das ist ein Feuerwerk! Oh, Scheiße! Scheiße, Bruder! Was geht denn da ab? Digga, hast du das Haus da gerade gesehen? Hey! Hey, wer hat das Haus gesehen, Digga? Wer hat das... Der ist doch nicht zu Ende! Der ist doch nicht zu Ende! Leute, ich geh rein in die Hotzone! Boah, Scheiße! Was geht denn hier ab? Junge, das ist Doomsday gewesen! Safe! Ey, Digga, die Tankstelle ist komplett weg! Naja, krank! Also, das war mal wieder richtig krank! Ich sag's ehrlich! Ey, Freunde! Das war so heftig, Mann! Das Feuerwerk hat sieben Minuten gedauert! Alter, krank! Leute, guckt euch die Stadt an! Junge, die Häuser sind alle im Arsch! Da ist ein Dach an mir vorbeigeflogen! So gut! Dankeschön für die ganzen Glückwünsche! Vielen, 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 vielen Dank! Danke, Leute! Ich mach' jetzt Geschenke auf! Ich mach' Geschenke auf! Warte! Ich hab' was bekommen! Ich hab' was bekommen! Äh, chillig bleiben! Ich mach' mal ein bisschen ruhigere Welle, Digga! Achso, ich muss mir noch größer machen! Das Problem ist halt beim Feuerwerksimulator, Digga! Ich muss das Vollbild rausnehmen, sonst spackt der wieder richtig rum! So! Ähm, ich mach' für euch die Aufnahme rein! Und ich mach' den hier! Das ist jetzt passend! So! Ich hab' einen Brief bekommen von Melina! Ich mach' den auf! Oh! Oh, was ist denn da? Oh, oha, Digga! Fanpost für dich! Mit Herzchen! Finde ich süß! Und was ist das? Extra-Bild! Extra-Bild! Oha! Bro! JK, dankeschön für 2 Euro. Vanessa, Alter, dein Ernst? Was geht denn jetzt ab? I muss oft bis zum nächsten Mal live dann. Kuss geht raus. JK, vielen, vielen Dank. Und auch, Vanessa, ich komme gleich zu dir. Alter, es ist doch nicht normal, Digga. Was ist das denn? Schon wieder. Heilige Scheiße, Vanessa, danke. Was sagt sie? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mein bester, genieße deinen Ehrentag. Dankeschön, Vanessa, vielen, vielen Dank. Mach ich. Und ich werde jetzt erst mal... Ey, guckt euch das Bild bitte an. Ian, vielen, vielen Dank für 2 Euro. Zieh das Bild rein. Es ist original. 1 zu 1 ist derselbe, Digga. Wer hat dieses Bild gemacht? Alles Gute zum Denno und du bist der Beste. So. Und jetzt Fanpost, Fanpost für Denno. Es kommt ein Brief, Digga. Oh, Alter. Ist das ein geiler Brief. Zieh dir den mal rein. Digga, guck hier. Hallo. Hallo. Hagi ist auch da. Okay, pass auf. Ich lese vor. Machen leise. Lieber Denno, ich feier deine Videos dermaßen. Besonders Poppy Playtime. Deine Mods sind richtig cool. Ich freue mich schon besonders, wenn Poppy Playtime Chapter 2 rauskommt und du live bist. Ich habe leider keinen YouTube Account, deswegen sorry für kein Abo. Ich schaue mir jeden Tag deine Videos an. Bin auch bei fast jedem Livestream dabei. Ich hoffe, dir gefällt das Bild von Hagi. Mit vielen lieben Grüßen, Melina. Alter. Das ist eine. Melina, das ist der schönste Brief. Das ist der schönste Brief, den ich bisher gelesen habe. Digga, so ein Brief. Den rahme ich mir ein. Ich sage, wie es ist. Melina, wenn du das jetzt gerade siehst. Danke auch, dass du nicht abonnieren kannst und mir das erklärt hast. Geist ist krank. Und Elpenzeit 20 Euro, Digga. Vielen, vielen Dank. Oh, nee, Mann. Jetzt kommen sie alle, Mann. Ach, komm, ey. Ich lese erstmal, Digga. Happy Birthday to you, Tomaten im Schuh. Wo alles, alles Gute zum Geburtstag und viel Erfolg weiterhin. Happy Birthday to you, Tomaten im Schuh. Elpi, vielen, vielen Dank. Dankeschön für 20 Euro und danke für deine tolle Nachricht. Ich freue mich und ich bedanke mich auch ganz herzlich nochmal auch an die ganzen Mods, dass ihr die Jahre immer dabei gewesen seid. Und ich hoffe halt auch einfach, dass es so weitergeht, dass wir immer noch so durchziehen und ich weiter solche Briefe kriege. Leute, ich habe eine Fanadresse, die findet ihr auf meinem YouTube-Account, wenn ihr da einfach unter Info geht oder vielleicht halt auch bei Instagram mal schaut. Könnt mich auch natürlich fragen. Ich habe jetzt aber noch ein Paket gekriegt. Aber dieses, dieses Paket. Ich muss jetzt einmal den Adressaufkleber kurz entfernen, damit wir mal sehen können, was da drin ist. Aber ich werde es auch ein bisschen sputen, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr so lange streamen, weil natürlich warten auch andere Leute noch auf mich und die Frage ist jetzt natürlich, ich kriege auch keinen Anruf. Digga, perfekt. Alle wissen, dass ich livestreame. Alle. Okay. Warte. Warte, warte, warte. Ich reiß hier mal kurz was ab. Digga, der ganze Kleber, Mann. Vanessa. Aber deshalb ging es auch ein bisschen weniger Kleber, Digga. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen weniger Kleber. Guck hier. Guck hier, ich bin... Jetzt habe ich den Adressaufkleber ab. Jetzt ist er ab. So. Also, Leute. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt das bisschen Kleber hier entfernen. Digga. 5000 Kleber. Also, krass. Das Paket war sicher verpackt. Safe. Oha. Elbezeit. Dankeschön für 5 Euro. Ich, ähm, sehe noch nichts, Leute. Superchat macht Krise. Wir bleiben noch weitere Jahre da. Okay, Moment. Ich richte die Kamera mal. So. Zeitung, Digga. Zeitung. Ich guck rein. Digga. Gummibärchen. What? Alter Schwede. Das... Oha. Yo. Okay. Moment mal. Hier ist ein Eistee drin. Digga. Eine limitierte Version von einem Eistee. Bro, was ist das? Digga. Einfach ein Eistee, Mann. Ich hatte noch nie ein Eistee bekommen. Wie cool. Ich gucke rein. Ich gucke rein, Digga. Ich habe jetzt was ganz krasses hier, Leute. Da macht sich was bemerkbar. Digga. Das ist einfach so eine Schatulle. Ich zeige euch die gleich in Ruhe. Das ist die Schatulle der heiligen Hallen. Boah, Junge. So. Dann gucken wir nochmal da rein. Das sind Ballons. Weiß. Die Ballons sind überwild. Die haben sogar Beleuchtung drin. Als ob. Beleuchtete Ballons. Beleuchtete Ballons, Digga. Guck. Sieht man nicht. Sieht man nicht, weil mein Licht zu doll ist. Okay, Leute. Aber was ist? Ey. Das ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Digga. Das sind meine Lieblingssüßigkeiten. Hä? Woher weißt du das? Woher weißt du das, Mann? Bala, Bala. Cola, Leute. Oh. Die sind anders. Krass. Okay. Okay. Warte. Scheiße. Mein ganzer Boden voller Konfetti. Danke. Oh, Junge. Ich habe heute alles sauber gemacht. Ich kann wieder direkt neu machen. Oh. Okay. Ich werde jetzt die Kamera mal ein bisschen unter machen. Warte. Warte. Auf entspannt. Ah, es ist ein bisschen zu weit unten, aber was willst du machen? Also, ich mache mal auf jetzt hier. Guck mal hier erstmal rein. Voll geil, Digga. Da sehe ich mich. Die 200k. Da hat jemand direkt den Screenshot eingefangen. Digga. Zu krass. Sehr, sehr geil. Da kann ich mich lockerlässig dran erinnern. Was ist das denn für Denno? Es geht raus. Alter Schwede. Ich gucke rein. Herzlichen Glückwunsch zum... Ich kriege eine Geburtstagskarte, Digga. Was? Echt jetzt? Lieber Denno, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Wir lieben dich und deinen Content. Mach weiter so. Hoffe, wir sehen uns vielleicht mal persönlich. Bis dahin bleib gesund, munter und pass ordentlich auf dich auf. Und lass dich ordentlich feiern. Viele Grüße aus Ostfriesland. Vanessa. Ey. Ich glaube, wenn ich euch das erste Mal treff, Digga, in der Community, Mann, das... Also, Digga, das wird krass. Was ist das denn? Das 200... Was? Ey, da ist ein Controller drin. Öffne mich. Wow, Mann. Einfach... Als ob. Als ob. Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Ey. Was ist das denn? Wie krass ist das denn, Mann? Guck dir mal diese Digga. Yo. Okay. Da ist jetzt auch irgendwie was. Digga, zu wild. Das sind meine Initialen drauf. Als... Als... Oh, yo. Digga, Jelly Beans. Mit Furzgeschmack. Okay, ist kein Furzgeschmack dabei, Leute. Ich hab immer noch Jelly Beans mit Furzgeschmack. Ich sag ehrlich. Ey, weißt du... Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Vanessa, ganz ehrlich, ey. Ich kann sowas immer ganz schlecht akzeptieren, ne? Ich sie gerade da. Alter, ist das krass. Digga, das ist richtig krass. Ich sag's ehrlich, Mann. Das aus der Community... Warte mal. Komm sofort. Und dann... Ich schирe mich. man ist da bist du gerade da würde man ist da bist du perfekt also man ist versucht dann aus ich unterzeichne dir ich schenke dir ich schenke den pullover du kannst einen aussuchen entweder kriegst du das motiv das hier in gelb oder du nimmst den weiß durch deine aus krieg setzen autogramm drauf und dann ist er nur für dich also leute ganz ehrlich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll ich finde ich finde es sehr sehr krass dass wir leute sowas zu schicken dass ich mit dem konnte den ich mache die leute so krass begeistert und ich muss dafür auch irgendwie was zurückgeben und ich sag mal so alter weil es hat das ist ich denke das ist ja pink bitte hast du größe m wenn nicht ist mir auch egal wo willst du ein autogramm haben sag mal holst du sinn haben du kannst es dir aussuchen ich kann es dir vorne auf die vorne drauf packen ich kann es dir oben drauf machen was kannst du dir komplett aussuchen das geht direkt zu dir durch das aus also ich würde vielleicht das logo nehmen weil das ein bisschen besser hält das ist jetzt ihr pullover das kann man dann schon machen man es hat danke unterm logo bitte geht klar dein pulli dein ding der geht an dich vanessa ich sag vielen vielen dank dankeschön der geht an dich schreibst du mir noch mal deine adresse ok ich musste immer löschen aus datenschutz gründen einfach noch mal adresse schreiben ich schicke den pullover zu nächste woche leute ich will auch den stream nicht in die länge ziehen ihr habt gesehen was hier abgegangen ist und ich bedanke mich auch dass ihr am start gewesen seid wirklich und ja ich bin jetzt natürlich auch müde und ich muss das erst mal auch verarbeiten jetzt fast hier schon wieder abgegangen ist und ich freue mich halt einfach auch dass ihr alle dabei gewesen seid und ich lese eure nachrichten auf instagram alle auf dem discord auch auf whatsapp wahrscheinlich eher nicht weil da wird es richtig voll und ich bedanke mich wirklich wirklich an alle donos die heute gekommen sind das war überhaupt nicht notwendig wir haben geiles placement gemacht das war ein geiler live stream und ich freue mich auf jeden fall auch aufs nächste mal wir sind jetzt in der neuen butte ich mache auch noch eine room tour mit meinen hagi-wagi-spielzeugen und so die ich jetzt neu habe werdet ihr alles sehen und dann erkläre ich auch woher die kommen und so und all solche geschichten danke dass ihr da gewesen seid ihr macht mich jeden tag fröhlich und ja wegen euch liebe ich mein job halt na ist einfach so ein dickes küsschen geht raus denn auch ich bin morgen ab 10 12 noch mal am start da machen wir paul games ok let's go gute nacht freunde danke